Musik Herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Ich bin wieder mit dabei. Ich bin die Pia und dann haben wir den Thilo. Der Thilo war beim letzten Mal dabei, wo ich nicht da war. Ja, hallo Thilo. Hallo. Hallo. Und dann haben wir auch den Dominik wieder dabei. Der ist immer fleißig dabei. Hi. Wir rotieren schön durch die Gegend, nur der Dominik nicht. Der ist immer da. Genau. Ja, ist ja auch ein Stück weit mein Baby hier tatsächlich. Oder Pia und ich haben es zumindest irgendwie so halbwegs angeleiert, dass wir das hier machen. So ist es. Genau. Hoffen wir mal, dass Dominik auch bis zum Schluss dabei bleibt. Natürlich. Es sind ja nur noch zwei Folgen. Wir sind heute wieder beim Game of Thrones Recap. Jetzt zur Folge 4. Okay, ich bin schlecht vorbereitet. Wie war der Titel nochmal? Weißt du das? Ja, das ist sehr lustig, weil mein Prozedere ist bisher gewesen, dass ich morgens aufgestanden bin. Also wenn ich mir die Folge nicht nachts angesehen habe, was ja eigentlich nur das letzte Mal war. Und ich habe dann in der IMDb halt geguckt, wie die Folge so angekommen ist und wie die heißt. Und gestern, also ich glaube bis 13.14 Uhr stand der Titel nicht in der IMDb und auch nicht bei Sky. Mittlerweile ist er raus. Er heißt wahrweise die letzten Starks oder die letzten der Starks. Genau. Achso. Ja, okay. Das habe ich auch mitgekriegt. Ja, der Titel war irgendwie sehr spät draußen. Also das ist ja auch komisch. Ja, sehr, sehr seltsam. Aber ja gut, in der IMDb war noch einiges anderes seltsam. Vielleicht gehe ich da später noch drauf ein. Also in der Originalfassung steht da, das ist the last of the Starks. Genau. Kann man frei übersetzen mit die letzten der Starks oder die letzten Starks. Je nachdem. Genau. Gut. Ja, schön. Was gibt es zu sagen dazu? Ja, genau. Also wir fangen ganz, bei mir fangen wir dann immer am Anfang an. Szene für Szene gehen wir das durch. Sagen kurz was dazu. Ja, die Menschen, die gestorben sind, was meiner Meinung nach irgendwie noch zu wenige waren. Ja, und zu unwichtige vor allem. Das fand ich noch schlimmer, dass es zu unwichtige waren. Richtig, genau. Und neben den ganzen aus der Armee natürlich. Also natürlich ganz viele gestorben. Aber die Hauptcharaktere, also wenig Hauptcharaktere sind gestorben. Vielleicht wollten sie noch welche übrig lassen für die nächste Schlacht, wissen wir nicht. Wir haben ja noch drei Folgen, ne? Äh, zwei jetzt. Okay. Ja, ja, genau. Also das ist so, ja. Genau, die werden, also die Menschen werden beerdigt und sollen verbrannt werden. Und dann sehen wir noch ganz herzzerreißendes... Womit beerdigt oder verbrannt? Ja, verbrannt werden. Sie werden verbrannt. Aber es ist ja eine Feuerbeerdigung oder wie nennt man sowas? Feuerbestattung. Feuerbestattung, genau. Scheiterhaufen. Genau, und wir sehen herzzerreißende Szene von Sansa und Daenerys und ja, es sind halt engste Vertraute gestorben und es ist ja sehr traurig und dann sieht man noch die ganze Maschine. Keine Ahnung, ich fand die Szene irgendwie... Ja, erzählt mal was dazu. Also ich fand sie auch sehr berührend. Ich fand sie sehr gut gefilmt. Und als man dann dieses Ausmaß gesehen hat von den Gefallenen, also diese riesigen Scheiterhaufen ewig weit, also wo vorher im Grunde die Armeen standen, stehen jetzt diese Scheiterhaufen mit den Toten. Da hat man so das ganze Ausmaß erst so ein bisschen begriffen, wie viel da eigentlich hops gegangen sind und was das dann doch für viel Leid auch erzeugt, weil halt wahnsinnig viele einfach liebgewonnene oder Familienmitglieder verloren haben. Und ja, fand ich sehr ergreifend. Ich fand es nur so ein bisschen interessant, wie Sansa jetzt um Theon trauert, weil Dia ihn auch nicht kurze Zeit wirklich gehasst hat. Und erst seit ein paar Monaten hat er sich ja ein bisschen rehabilitiert und dann sind sie plötzlich wie Brother and Sister. Das fand ich ein bisschen seltsam, aber mein Gott, vielleicht durch, dass er sie aus den Klauen von Ramsay befreit hat, hat wahrscheinlich dann doch einiges wieder gut gemacht. Stichwort Stockholm-Syndrom. Ja, genau, der Klassiker. Und ja klar, auch Daenerys wahrscheinlich erst jetzt so ein bisschen gemerkt hat, was der Herr Mormont eigentlich für sie bedeutet hat. Ja, der hat tatsächlich ein tiefes Loch bei ihr reingerissen. Genau, was sie wahrscheinlich selber gar nicht so erwartet hätte. Ja, ich glaube, ich glaube, sie hat ihn auch so ein bisschen geliebt. Also er hat sie ja richtig aufrichtig geliebt, wie man Mann, eine Frau halt liebt. Und ich glaube, sie hat ihn geliebt wie so eine Art Vaterfigur oder ich glaube, sie waren auch, also sie war sehr mit ihrem Herzen sehr nah an ihn dran schon. Und ich glaube, deshalb hat sie auch sehr, sehr getrauert. Auf jeden Fall. Ich fand die Szene mit Theon, also wo Sansa um Theon trauert und ihm dann auch so einen Stark-Pin ansteckt. Diesen Pin fand ich vielleicht ein bisschen unfreiwillig komisch. Der sah aus in mir wie aus einem Fanshop. Vom Elbenwald. Du hättest doch selber gern so einen, gibst doch zu. Nee, nee, nicht von den Starks, wenn er von den Länden ist. Oh, Traitor. Es gab mal, das weiß ich noch, ich glaube, bei der zweiten Staffel, bei der Blu-Ray, gab es mal irgendwie so eine Exklusivgeschichte von Amazon, wo so ein Hand of the Kingpin dabei war. Ja, so ein bisschen ähnlich sah der aus auch. Genau, genau. Ja, nicht, nicht, ja, ich würde sogar dazu tendieren, dass das bei der DVD-Box wertiger aussah als hier, aber gut. Aber nichtsdestotrotz fand ich die Szene echt berührend. Also ich finde auch Sophie Turner spielt das ziemlich klasse. Und man hat auch, also ich habe jetzt, zur Abwechslung habe ich endlich mal das Making-of gesehen. Deshalb werde ich da jetzt hier einiges einbringen können. Und man hat auch gemerkt, wenn Sophie Turner über die Szene spricht, wie es gedreht wurde. Naja, also sie formuliert das zwar irgendwie darüber im Interview, dass es symbolträchtig nochmal ist, dass er für sie als Stark gestorben ist, dass er zur Familie gehörte. Aber man merkt schon, dass da von ihrer Seite schon durchaus mehr war an der Stelle. Ja, aber Rob hat ja damals gesagt, not your house. Ja, also so war es ja nicht. Ja. Ja, es hat sich halt auch einiges geändert, ne. Also. Ja, aber wenn ich kurz einhaken will, wo hast du ein Making-of gesehen? Äh, auf YouTube. Auf YouTube, okay. Gibt es da ein offizielles, äh, offizielles Making-of, äh, von HBO, oder? Gibt es das auf Sky nicht auch irgendwie? Auf Sky oder Sky Ticket gibt es doch bestimmt auch immer so Hintergrund oder Talks oder sowas haben die doch bestimmt auch. Ja, den Throne-Cast gibt es dort. Ah, ja. Äh, Making-of habe ich jetzt da nicht gefunden. Also ich kann nur sagen, auf dem offiziellen, äh, YouTube-Kanal, also nicht von HBO, sondern tatsächlich Game of Thrones, äh, da gibt es immer, also da, 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 da kommen auch immer die Teaser für die nächsten Folgen. Und dann, äh, so ein, so ein Game Revealed. Das geht immer so 20 Minuten zu Folge 3. Letzte Woche ging es sogar 40 Minuten. Deshalb habe ich es, äh, nicht geschafft. Aber, ja, das, äh, ich, ich frage mich schon so ein bisschen, also das ist wahrscheinlich der Content, der dann auch auf die Blu-Ray gepresst wird, weil mehr kann man da eigentlich nicht liefern. Das ist so viel und, äh, es gibt auch immer diese, diese Inside the Episode gibt es auch immer, wo die Autoren... Ja, das kenne ich, wo die, äh, die Showrunner da dazu immer was sagen. Genau, ist eigentlich auch immer sehr sehenswert, äh, auch wenn die Meinung von denen manchmal etwas streitbar ist, wie ich finde. Okay, da haben wir ja wieder ein paar gute Tipps für alle Leute, die ein bisschen noch, äh, mehr hinter die Kulissen schauen wollen von der aktuellen Game of Thrones-Staffel. Genau, da würde ich sowieso immer YouTube durchforsten, auch die ganzen Schauspieler, die werden ja immer zu irgendwelchen Talk, äh, Talkshows eingeladen oder, äh, Abendprogramm und so und das ist immer super. Hm, wo sie nichts sagen dürfen. Das ist sehr schön. Also bei diesem Throne-Cast, habt ihr das mal gesehen, ist ja eine englische, ähm, englische Talkshow eben über Game of Thrones, haben sie immer hochkarätige Gäste aus der Serie und das ist immer sehr, sehr witzig, weil die haben halt diesen britischen Humor oft dabei und meistens dürfen sie halt aber nichts, also fast nix erzählen und müssen immer drum rum reden, das ist immer sehr witzig dann. Ja, aber ich finde interessanter sowas wie Jimmy Kimmel oder Jimmy Fallon oder sowas. Ja, da geben die sich gerade wirklich die Klinke in die Hand, ne? Ah, okay, hab ich jetzt länger nicht mehr gesehen. Ja, also das ist super witzig dann auch und die machen dann auch immer... Da saßen auch die beiden Showrunner jetzt und, äh, als die dann gefragt wurden von Jimmy Kimmel, ob man denn jetzt durch wäre mit der ganzen White Walker, äh, Story... Interessant. Da wollten die sich nicht so eindeutig zu äußern. Also die wollten sich zu gar nichts wirklich eindeutig äußern. Ne, dürfen wir auch nicht sagen. In einem Knall hatte Verträge. Ne, es gab auch einen sehr geilen Gag, äh, weil, ähm, sie wurden dann gefragt, wie sie eigentlich Schauspielern mitteilen, dass sie raus sind. Also halt ihre, ihre, ihre Tode. Und dann, ja, ruft doch mal jemand an und sagt ihm, dass er tot ist. Wie jetzt hier live und dann rufen sie an und wer ist an der Strippe? Oh. Just more more. Dann sagen sie ihm so, ja, du bist jetzt raus. Ja, ich weiß es. I'm Aquaman now. Okay, na gut, den hat's ja, den hat's ja wirklich früh erwischt. Ich glaub, dafür, den ist es nicht mehr eine Überraschung. Obwohl, vielleicht darf er ja wieder in so einer Traumsequenz kommen. Das ist ja oft so, dass die paar Rückblenden sind's ja immer gut. Ich hab nämlich beim, äh, beim Vorspann diesmal von der, äh, Folge 4 gesehen so, oh, da steht Alfie Allen, äh, äh, kommt, kriegt Theon jetzt irgendwelche Rückblenden oder was? Hm, das machen sie aber immer. Er lag halt nur ein bisschen auf dem Scheiterhaufen, aber hat Credits gekriegt dafür. Fand ich interessant. Ian Glenn auch, aber das, das, das machen sie wirklich immer. Ich kann mich noch erinnern, dass es, äh, nach Staffel 4, da war ja Charles Dance eigentlich raus und er stand aber noch in den Credits der allerersten Folge und da gab's dann so. Wer war Charles Dance? Kannst du mal kurz aufdrüsen? Äh, Tiven Lannister. Ah ja, okay. Der wurde ja, äh, auf dem Klo erschossen am Ende der vierten Staffel. Ja, unrühmliches Ende. Genau, und dann, dann tauchte er da wieder auf und dann gab's halt Theorien, ah, hat der vielleicht doch überlebt? Nein, er liegt da nur ans Leichen. Aha, okay. Dann natzen die einen jedes Mal mit, also. Ah, schön. Ist ja auch ganz nett. Gut, dann, ja, zurück zu den, äh, Toten quasi, ähm, eine sehr, sehr schöne kurze, äh, Szene fand ich übrigens, als man dann, äh, Sam, äh, Trauern hat sehen um den schwermütigen Ned. Dass man dem noch eine Szene gegeben hat, fand ich sehr, sehr schön, weil das war ja sein, äh, Ned oder Ed, der heißt ja manchmal so, manchmal so, irgendwie in Büchern, glaube ich, heißt er anders als in der Serie. Im, im Norden heißt gefühlt jeder zweite Ned, hat man das Gefühl. Ned, oder, ja, genau. Auf jeden Fall, aber das war ja der neue Lord Commander, jetzt brauchen sie wieder einen neuen von der Nachtwache, wenn's da überhaupt noch welche gibt, äh, aber der war ja auch immer sehr loyal und ein guter Freund und hat's, hat alles Mögliche überlebt und jetzt hat's ihn halt erwischt und Sam hat getrauert und hat das auch sehr überzeugend, äh, für mich dargestellt. Ja, der ist immer großartig, John Bradley, insbesondere in der Staffel hier. Er hat gar nicht viel zu tun, aber die Szenen, die er hat, die reißt er wirklich an sich, vor allem in der allerersten Folge. Genau, ja. Gut, Beric Dondarrion, da hat Arya so ein bisschen, weil sie dann gemerkt hat, oh, der ist jetzt quasi für meine Prophezeiung gestorben, das hat die dann wieder natürlich ein bisschen mehr zusammengeschweißt, glaube ich. Ja, das war dann. Wohl, ja, emotional war's einem schon so ein bisschen, ja, Beric Dondarrion ist eh so eine unterentwickelte Figur, äh, aus den Büchern gewesen, die nie so wirklich zur Geltung kam. Deswegen haben sie ihn ja auch, äh, über die Klinge springen lassen. Ja, was man noch anmerken kann, dass, ähm, John hält dann ja auch diese Rede, die ich ehrlich gesagt, äh, gar nicht schlecht fand. Also, die Kollegen vom Movie Break fanden eigentlich, dass es ein bisschen pathetisch war, fand ich eigentlich gar nicht, weil das war ja eher so, also, das Ganze ist ja schon insgesamt einfach sehr schwermütig, die Atmosphäre ist sehr wehmütig und dazu passt dann auch Johns Rede, weil letzten Endes ist bei ihm, ja, sie haben ihr Leben für das Reich gegeben und für die, äh, für alle Lebenden und, äh, wir können diese Schuld eigentlich niemals begleichen. Und er wiederholt dann ja auch ein Stück weit den, den Wortlaut der Nachtwache. Also, ich hab eigentlich fast damit gerechnet, dass er noch sagt, und jetzt ist ihre Wache zu Ende. Ja, also, dass er da das wieder aufgreift. Das fand ich aber auch einen schönen kleinen Einschlag, weil das hat ihn ja auch geprägt irgendwie. Ich fand's nur interessant, dass, äh, da jeneres da nix sagen durfte oder wollte oder konnte, je nachdem. Ähm, sondern sie hat komplett das Heft, ähm, da John überlassen. Aus welchen Grund auch immer. Wahrscheinlich, weil sie im Norden war oder so, aber sie hätte auch noch ein paar, paar Worte sagen können. Vielleicht, weil sie total selber am Trauern war, vielleicht. Ja, aber ein paar Sachen hättest du ja doch sagen können, waren ja auch genug von ihren Leuten noch dabei. Was mich zu der nächsten, äh, Sache führt, also, jetzt, wir haben ja schon eine Szene weiter. Also, das, ähm, vielleicht überspringe ich jetzt auch was, aber das, äh, jetzt, wir haben ja letztes Mal drüber geredet, okay, wer jetzt alles draufgegangen ist bei dieser großen Schlacht, äh, Winterfell. Äh, aber anscheinend, wir haben ja gedacht, sämtliche Unbefleckten sind draufgegangen oder sämtliche Dothraki, aber das stimmt ja gar nicht. Anscheinend, die Unbefleckten sind noch die Hälfte sind noch da, haben sie gesagt. Ja, wo auch immer. Und auch sogar Dothraki war noch übrig, was man da gesehen hat. Ja, da überspringst du jetzt aber einiges. Ja, ja, gut, aber das jetzt nur als Rückenschlag, weil... Also, ja, auch, auch, auch die Scheiterhaufen da, weil du das, äh, vorhin auch meintest, das ist auch wirklich ein interessantes Bild, ne, das, also, du meintest ja gerade, die Scheiterhaufen sind jetzt genau da, wo vorher eigentlich die, die, äh, Armeen, äh... Die Kompanien standen. Genau, und das, das ist ein, äh, durchaus starkes Bild und, äh, ich, ich hab ja auch im Making-of gesehen, also, sie haben nicht ganz so viele Scheiterhaufen gebaut, wie, äh, da zu sehen sind, also, da sind auch Digitale bei. Okay, okay, das dachte ich mir fast, ich hab mir auch so ein bisschen, äh, in die Faust niesen müssen und sagen, CGI! Obwohl es jetzt eigentlich nicht recht aussah, ne? Genau. Nee, 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 also, war ein stimmiges Bild halt auch von der Kamera einstellen. Sie haben da auch viel kompensiert mit dem Rauch, da ist ja, da ist eine gewaltige Rauchsäule, geht ja auch von dem Ganzen dann, ne, und, äh, da konnten sie natürlich dann auch ein bisschen kaschieren, sag ich mal. Ja, ja. Ja, okay, gut, ach nee, genau, was hab ich übersprungen gehabt? Natürlich, jetzt kommt das große Siegesgelage zum Fest. Ja, genau, ähm, da betrinken sich alle, schäkern alle und, ähm, ja, und eine, was, was ich sagen wollte, eine ganz schöne Szene, es gab wieder, also, es hat mich an diesen Ritterschlag erinnert von Brienne, äh, weil diese Szene, wo dann, äh, Gendry zum, zum Lord, äh, jetzt fällt mir, das Land nicht bei allen, zum Lord. Und Stone, äh, was wird das? Stone. Die Sturmlander und Sturmkapp. Sturmlander, Sturmlander. Sturmlander, okay. Da, wo Daenis geboren ist. Das, nee, nee, nee. Oder? Nee, ist das nicht da? Oder ist die auf Dragonstone geboren worden? Die ist auf Dragonstone geboren, aber der Name Stormborn, der kommt von dem Sturm. Ja, genau, und sie ist doch Herrscher in der Sturmlande und so, blablabla. Naja, okay, gut, diese ganzen Titel, das ist ja auch eine Sache für sie. Aber okay, stimmt, er ist, äh, der, der Lord von den Sturmlanden geworden und, ähm, ja, hat sich sehr gefreut und ich glaube, wir alle mit ihm. Ja, genau, und das, das hat mich also sehr berührt, das fand ich sehr, sehr schön, ähm, aber man merkt halt, also ich hab mir also zum ersten gedacht, okay, eigentlich ist er ein Schmied, er ist ein Schmiedelernin gewesen und er hat ja überhaupt gar keine Ahnung, er ist ja, er, man, man merkt halt in dieser ganzen Serie, man bekommt ja von den ärmeren Gefilden ja so gut wie gar nichts mit. Die ganze Geschichte spielt sich immer in den Adelshäusern ab und Gendry ist der Einzige, bin ich der Meinung, von dieser ganzen Gruppe, der eigentlich aus, aus diesem normalen Verhältnis kommt, ne, der in normalen Häusern auf der Straße, also in diesem, also als Bürger, als normaler Bürger aufgewachsen ist und er hat absolut keine Ahnung. Flohloch, das kommt ja aus Flohloch, das ist ja so das, das ist motherfucking Ghetto in King's Landing, ja. King's Landing Bronx. Genau. Ja, sogar noch, noch ärmer, also nicht, nicht nur normal, sondern auch noch ärmer, also er hat ja mit dem Adel sonst vorher überhaupt gar nichts zu tun gehabt, das fand ich schon eine interessante Geschichte und. Er sagt ja selber, er weiß nicht mal, wie ich eine Gabel halten muss, ja, das fand ich auch sehr schön. Ja, genau, also da hätte ich schon so eine, so eine Idee, da könnte man echt so ein cooles Spin-off irgendwie machen, ich weiß das nicht, also ich hätte mehr, also ich hätte auch generell mehr von Gendry gesehen in der ganzen Serie überhaupt, so mehr aus den ärmeren Gefildenzen. Man sieht immer nur von diesen Häusern, von den Adelshäusern. Er musste halt rudern. Ja, aber man sieht von den normalen Bürgern und von den normalen Bewohnern der Städte hat man selten was gesehen, ganz, ganz selten. Ja, da ist, da ist was dran, also ich will nicht sagen, dass du in der Serie gar nichts davon siehst, es gibt ja zum Beispiel in Staffel 3 gibt's ja dann auch diese Zeit, wo da irgendwie Marguerite Torell auf Philanthropie macht. Ja, aber immer nur, wenn ein Adel, eine Adelige oder ein Adeliger dann dort runter geht. Ja, das ist es halt. Ja, ich mein, gut, das hat natürlich in dem Moment auch viel ausgesagt über Marguerite. Aber was an der Szene ja eigentlich interessant ist, ist halt Daenerys, weil, ich mein, gut, man hat sich eigentlich so gedacht, so, ja, ist ja irgendwie nett mit Gendry. Wobei, ich hab mir da echt die Frage gestellt, ähm, in Folge 2 erfährt doch Arya von Gendry durch Zufall, dass er eigentlich Robert Baratheons Sohn ist. Woher weiß das denn jetzt Daenerys plötzlich? Weil, das ist doch... Äh, ich glaub, durch ihre Berater, ich glaub, ihre Berater haben ja das gesagt, das wussten ja alle, Tyrion wusste das doch. Ja, das war bekanntes Wissen eigentlich, dann irgendwann, also ich mein, äh, Melisandre hat's ja auch gewusst und, äh, dann hat das ja auch Arya erzählt, deswegen, äh... Und Beric Dondarrion hat's ja auch gewusst, weil der hat dir Melisandre übergeben. Mindestens Tyrion wusste das schon länger. Stannis hat's ja auch gewusst, äh, waren genug da. Und notfalls haben wir Varys. Ja, also Stannis hätt's auch Jon erzählen können und, also, das glaub ich nicht, dass das ein Problem war, dass, äh, dass das die Runde macht. Kam halt so ein bisschen aus dem, aus dem Nichts von Daenerys, hatte ich den Eindruck, aber, also, um, um da nochmal drauf zurückzukommen, es ist ja, äh, also, man, man hat sich erst gedacht, ja, das ist ja eine tolle Geste, aber, naja, sie hat ja einen Hintergrund. Hintergedanken, ne? Natürlich. Das ist eigentlich ein politisches Manöver von ihr, ne? Und, äh, ich mein, gut, das war auch gar nicht mal so, sie, sie ist dann auch schon sehr stolz auf sich, als sie da irgendwie zu Tyrion sagt, ja, ihr seid ja nicht der einzige Schlaukopf, ne? Mhm. Ähm, sie schlägt ja eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe, weil, erstens, macht sie sich indienstbar, und zweitens, äh, naja, räumt sie eigentlich einen potenziellen Konkurrenten aus dem Weg. Ja, weil er, äh, für immer dann loyal sein wird, hoffentlich. Naja, aber er ist ja kein Konkurrent, also, er ist ja, also, recht, rechtlich ist er nicht, hat er keinen Anspruch auf den Thron, weil er ist ja nur eine Regentschaft. Nö, aber, hast du ja gesehen, äh, auch Ramsay Bolton wurde ja vom Bastard zum, äh, Nachfolger des Lords ähnlich erhoben, einfach, weil er es konnte, der, äh, Sir, Sir Bolton, also, der Vater. Also, es geht ja, die können ja machen, was sie wollen, ja, also, können ja mit Tradition brechen, wenn sie grad Bock haben. Ja, das hat es dannes ja auch Jon mal angeboten, glaub ich, ne? Ja, genau. Von wegen, ihr erhebt euch. Er könnte ein Lord von Hinterfell werden. Und Gendry, Gendry ist damit jetzt offiziell als Baratheon, äh, anerkannt? Rehabilitiert, genau. Weil, er sagt an einer Stelle, dass er eigentlich Gendry Wasser hieß, also Rivers. Aha. Was ein bisschen seltsam ist, irgendwie. Ja, so heißen die Bastarde in Kings Landing, also Kingsmund. Stimmt, ja. Weil im Norden heißen sie ja Schnee, und im Dorne heißen sie Sand, und da heißen sie halt Wasser. Stein gibt's auch noch irgendwie, ja, ja, je nach den Regionen, genau. Na gut, aber dann schließen wir doch gleich die Szene an, jetzt wo er Lord ist, der gute Gendry, da meinte er, er ist quasi gut genug für Arya und machte ja einen Antrag, was ich eine unglaublich herzige Szene fand, ich weiß nicht, wie es euch ging. Und das ist aber noch ein bisschen, du bist schon wieder weiter voraus, also wir sind immer noch auf dem Fest. Naja, aber es ist ja die Konsequenz aus dieser Erhebung in den Lord stand, deswegen. Ja, können wir ruhig drauf eingehen. Ja, aber das fand ich, das fand ich mega scheiß, also ich hab ja schon am Anfang gesagt, die Folge hat mir gar nicht so gut gefallen. Und da fängt das schon an, da dachte ich mir so, oh mein Gott, bitte mach das jetzt nicht, bitte mach das jetzt nicht. Und nicht auf diese Art und Weise. Okay. Das war, das fand ich erstens sowas von unmännlich und. Aber es hat zu Gendry total gepasst für dich irgendwie. Das fand ich, deswegen fand ich es so herzig, weil der so tölpelhaft das gemacht hat. Natürlich. Na, naja, aber dann diese Aussage, oh, ich bin so verliebt in dich. Ja, das war so ein bisschen kitschig. Wo sind wir denn, in Disneyland oder was, was soll denn das? Also, da könnte ich mich schon wieder aufregen, da kriege ich schon wieder Wutanfälle. Es ist, ja, eigentlich haben wir mal ein bisschen Zunder hier. Äh, es ist. Ja, und er hebt sie, er hebt sie so auf ein Podest, er hebt sie so auf ein Podest. Ja, sie will das ja nicht. Nur weil sie einmal miteinander geschlafen haben. Er hat sie aber auch schon vorher auf ein Podest gehoben, also. Ja. Als er erfahren hat, als sie zusammen zur Mauer eigentlich sind und er dann erfahren hat, durch Zufall ja, dass sie ja eigentlich eine Lady ist und auch von Winterfell und so. Da war es ja irgendwie schon so ein bisschen geschehen fast. Ja, aber ich fand Gendry schon die ganze Zeit toll und nach dieser Szene, dann, nee, dann war es vorbei, sorry, war es vorbei. Aber das passt doch eigentlich zu diesem, was du gerade eben gesagt hast, dass er halt einer vom Gemeinen Volk ist und Arya ist halt eine Lady und deshalb benimmt er sich auch so unbeholfen vermutlich. Leute vom Gemeinen Volk, die sind doch nicht sofort verknallt, also. Nee, ja, wieso? Oder, oder. Er ist schon, er ist schon länger in sie verknallt. Ja. Er hat schon. Ja, aber doch nicht. Ja, aber man, 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 man. Ach, ich weiß ich nicht. Das war auch total unromantisch. Hat mir nicht gefallen. Er ist einfach, er ist unbeholfen, ist er einfach. Nicht vergessen, sie ist jetzt die Heldin auch, ja. Und deswegen ist sie natürlich noch ein besserer, äh, bessere Partie. Die Szene sollte auch nicht romantisch sein. Nein, linkisch sollte sie sein. Überhaupt nicht, ja. Linkisch? Und sie war ja auch so ein bisschen awkward, als sie dann ihn zwar küsst, aber sagt, ey, pass mal auf, Alter, das wird nie was mit uns. Das, das war klar. Ja. Ja, wusste ich sofort, dass das kommt. Das war so, also das, sie, man kennt sie halt eben, ne? Aber es war irgendwie trotzdem herzig aufgelöst. Sie hat halt so, ich sag mal, so lieb, wie sie es nur konnte, gemacht, dass er jetzt nicht zu heartbroken ist, was er aber natürlich ist. Ja, das hab ich aber auch nicht verstanden. Man kann auch trotzdem zusammen sein oder man kann ja, sie kann ja eine andere Art Lady da sein. Also sie hätten ja auch durchaus heiraten können, wenn sie wollen würde. Aber sie muss dann ja nicht die Lady an seiner Seite spielen, sondern kann ja, kann ja die Kriegerin an seiner Seite sein. Sie muss ja nicht die Lady. Ja, ist die Frage. Naja, aber sie ist ja da schon aus hohem Blut auch und so und das hätt sie ja trotzdem nicht. Sie ist ja auch über ihm im Stand eigentlich. Aber das hat sie ja sowieso überhaupt gar keinen Bock drauf, Ehefrau zu werden. Also von vornherein nicht. Egal in welcher Form. Es ist auch wieder ein Rückbezug. Es gab in Staffel 1, gab es eine Szene, wo ihr Ned Stark eigentlich so ihre Zukunft prophezeit. Also wo sie dann irgendwie sagt, dass sie eigentlich kämpfen will. Und dann sagt Ned Stark zu ihr, ja, ach, du wirst einen hohen Lord heiraten und über seine Burg herrschen. Und deine Söhne werden all das, was du eigentlich gerade werden willst. Und hier ist das verbindende Element dieser Satz von wegen, das bin ich nicht. Das bin ich einfach nicht. Das kam ja auch durch, als sie ihren Wolf trifft. Das bist nicht du. Da schaut sie ja letzten Endes bei Namiria, schaut sie eigentlich ja ein Stück weit sogar in den Spiegel. Und ist sich selbst eigentlich total fremd geworden, beziehungsweise ihrem alten Ich. Und ich hab den Eindruck, dass diese ganze Nummer mit Gendry in der Staffel jetzt auch nochmal da ist, um hervorzuheben, dass sie jetzt wirklich wieder Arya Stark ist. Dass sie nicht niemand ist. Und dass sie auch unabhängige Entscheidungen trifft. Ja, das ist auch dann, wie gesagt, dass sie dann halt Richtung Königsmund wieder reitet und ihr eigenes Ding macht mal wieder. Ja, wollen wir zurück zum Festkommen. Dann gibt es noch einige Sachen zu besprechen. Und zwar folgendes. Jon wird, die sprechen alle davon, dass Jon halt, also er wird irgendwie immer noch als König angesehen. Also König des Norns, er wird angehimmelt von den Leuten, er wird respektiert, auch als Helden angesehen. Gesehen, obwohl Arya ja die Heldin ist, die Kriegsheldin, aber auf dem Fest gar nicht aufgetaucht ist. Also ich hab sie nirgendwo gesehen. Ne, die war ja Bogenschießen. Genau, sie war Bogenschießen. Genau, die Szene, die wir vorher hatten. Wenn ich kurz einhaken darf. Jetzt fällt es nämlich auf, wenn ihr euch an die erste Staffel erinnert, als das Fest war, weil der König kommt. Und Jon musste draußen bleiben und hat Bogen geschossen. Und dann kam Tyrion zu ihm. Fand ich sehr interessant. Das ist eigentlich so ein bisschen so ein Rückblick darauf. Es ist generell ein Rückblick darauf, weil wir halt wieder so ein Festmahl in den Hallen von Winterfell hatten. Auch das, ja. Das haben wir seit der, aber das ist mit Jon und dem Bogen, das ist sehr gut beobachtet. Das fiel mir jetzt gerade auf. Sorry Pia, wollte dich nicht unterbrechen. Das ist sehr schön tatsächlich. Also das mit dem Festmahl, das habe ich gestern auch gesagt, aber das mit Jon ist echt interessant. Da gibt es auch später nochmal irgendwie mit Jon, was ich auf jeden Fall einbringen will. Aber Pia, jetzt bist du. Also das, da fängt es an, dann die Folge, dass die Spannung dann aufbringt. Also es wird spannender mit der Situation Daenerys und Jon und den Königstitel, wo wir später auf die späteren Szenen dann zu sprechen kommen. Weil man da schon merkt, okay, die Leute, die himmeln Jon an. Also wenn sie wählen wollen, würden die Menschen, so wie später ja Varys auch gesagt hat und das Tyrion auch erklärt hat, die würden alle Jon wählen. Weil er einfach die Herzen von den ganzen Menschen sozusagen besitzt. Das fand ich auch eine ganz, ganz wichtige Szene. Er war ja vorher schon ein bisschen der Held im Norden, weil er auch den Ramsey besiegt hat und so. Also zwar klar mit Hilfe, aber das hat den Leuten natürlich auch gefallen. Ja, es geht nicht nur darum, sondern auch seinen Wesenszug und seine Ehre. Er ist ja halt ein Ehrenmann, so in der Zeit, wie man sagen würde. Ehrenmann, Alter. Ehrenmann, ja, genau. Weil er steht halt auch zu seinem Wort. Wenn er was sagt, dann macht er das auch. Und er ist halt für Ehrlichkeit, er steht zu seinem Wort, er hält sich an Schwüre. Also schätzen halt Leute und er setzt sich ein, er opfert auch was, wenn er sein Volk da beschützen kann. Es ist halt, es sind diese ganzen Aspekte, die halt einen König, einen guten König halt eben ausmachen. Ja, und er ist natürlich, er ist halt im Norden aufgewachsen und das ist halt für die Leute da wahnsinnig wichtig einfach. Und die Wildlinge sind auch von ihm beeindruckt, weil, das hebt ja Tormo nochmal vor. Ich meine, also, ich kann mich noch erinnern, als Jon auferstanden ist, wortwörtlich, da sagt er wirklich Tormund zu ihm, die Leute halten dich irgendwie für einen Gott. Ne, weil, und, und, Tormund begießt das dann ja auch ordentlich auf der Feier und, wobei, da ist wieder, wieder so eine Lücke im Drehbuch. Hat Daenerys eigentlich jemals erfahren, dass er gestorben und auferstanden ist? Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt, ob die das da das erste Mal, weil er hat ja so rumgedruckst, vielleicht hat er sie irgendwann mal dazwischen gesagt. Aber es wurde nicht gezeigt. Ja, ich meine, gut, sie muss ja irgendwann, äh, in dieser unglaublich peinlichen Sexszene muss sie ja irgendwie, äh, seine Narben gesehen haben. Ja, gut, die Narben, ja eben, das kann ja auch ein Kratzer gewesen sein, aber. Ja, aber Narben haben die alle, die sind alles Krieger, also. Ja, aber der hat schon, der hat schon ein richtiges, äh, weiß ich nicht, ein richtiges Wundenmosaik irgendwie auf dem, auf dem Körper. Aber was, äh, was da einfach nochmal wichtig ist, sie hatten das, äh, ich kann mich noch erinnern, als Jon und Daenerys aufeinandertreffen und, äh, Davos, äh, für ihn spricht, da auf Drachenstein, da verhaspelt er sich und hält dann mehr oder weniger unter der Decke, dass Jon von seinen eigenen Männern getötet wurde. Mhm. Und jetzt muss man sich fragen, was sagt das denn für Daenerys aus über Jon? Also, dass seine eigenen Männer ihm schon mal in den Rücken gefallen sind, als er unbeliebte Entscheidungen traf? Ja, waren ja nur eine Hand voll, aber hat ja gereicht, ne? Also, dass, dass keine Rolle mehr spielt, das finde ich irgendwie sehr schade, weil. Ich glaube, dass das tatsächlich, also, ich hab mich gefragt, oh, erfährt die das jetzt wirklich zum ersten Mal, weil sie wirklich so ein bisschen puzzled geschaut hat, so, hä, was laberst du? Und, äh, und ich glaube, das hat er tatsächlich noch nicht gewusst, weil er das immer eigentlich bisher, wenn wir es gesehen haben, äh, geheim gehalten hat. Ja, und sie haben es halt, äh, also, ich kann mich auch erinnern, es gibt später in der siebten Staffel, gibt's auch noch eine Szene zwischen Tyrion und Daenerys, wo die über das Treffen reden, und Daenerys ist es aufgefallen, dass die halt da irgendwas zurückhalten. Mhm, genau. Und, äh, ich hatte damals wirklich gedacht, das bringt jetzt irgendwie sie ins Grübeln, weil, ich, ich meine ganz ehrlich, sie muss sich doch wirklich fragen, stehen seine Männer wirklich so hinter ihm? Ja, ja, aber das hat einfach einen weiteren Keil, glaube ich, reingetrieben zwischen die beiden, auch, dass er auch Geheimnisse vor ihr hat, und das ist ja kein kleines, ja? Nee, das ist wirklich kein kleines, aber es gibt ja noch andere Keile. Ja, ja, und Pfeile, und so weiter. Ich wollte nur was kurz generell zu dem Fest, also zu diesem Gelage sagen nach dieser Bestattungsszene. Ich fand das unglaublich interessant, weil das ja von der Stimmung her schön eingefangen wurde, weil die haben alle jemanden zu beklagen, der gestorben ist, es ist im Grunde, sie haben einen großen Sieg errungen, aber so richtig nach Feiern ist eigentlich keinem. Sie sitzen da, die ersten Szenen sind echt auch so ein bisschen awkward, die stochern in ihrem Essen rum, keiner redet mit jetzt, da wird auch nicht gelacht. Und dann so mit steigendem Alkoholkonsum kippt das so ein bisschen, weil dann werden sie locker, ja, ich meine, das ist ja auch der Hauptzweck von Alkohol eigentlich, dieses Enthemmung. Und dann merkt man, okay, die haben jetzt, also so war meine Empfindung, die denken jetzt, okay, scheiße, es sind echt viele gestorben, aber wir haben jetzt so viel hinter uns lassen müssen und haben so viele Entbehrungen gehabt. Und jetzt können wir es uns auch mal gut gehen lassen für wenigstens ein paar Stunden oder so. Und dann haben sie ein bisschen losgelassen und dann wurde es locker und hat mich so ein bisschen erinnert, wenn man hier in München auf dem Fiktualienmarkt am Faschingsdienstag ist und man da irgendwie zwölf Uhr mittags hingeht, das erste Bier trinkt und dann jede Stunde wird es um dich herum lauter und teilweise aber auch aggressiver und so ein bisschen, ja. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, weil die Leute wurden ja dann auch so ein bisschen, ja, haben die Frauen angetatscht und blöde Trinkspiele und blöde Sprüche gerissen mit Brienne, sie sind noch Jungfrau und so. War ja alles nicht so ganz immer lustig, aber ich glaube, das war halt so ein bisschen so eine Katharsis. Jetzt müssen wir echt mal einfach mal die Sau rauslassen nach dieser ganzen Scheiße, die hier passiert ist. So kam mir das vor, aber es war trotzdem nicht so richtig ausgelassen. Also von der Stimmung her fand ich es ziemlich authentisch, das hat mich sehr an, weil wir hatten ja auch gerade schon mal gesagt. Also ich kann es sehr gut nachempfinden, weil ich, ohne das jetzt weiter auszuführen, ich war in den letzten Monaten auf sehr vielen Beerdigungen. Oh, das tut mir leid. Und ja, und das fühlt sich halt wirklich an, also bei, keine Ahnung, ich hasse dieses Wort, aber Leichenschmaus. Leichenschmaus. Und ich meine, was sie da draußen hat mit den Scheiterhaufen, das war ja praktisch eine Beerdigung. Und sie tragen diese schwermütige Stimmung, tragen sie eigentlich noch mit in die Halle und dann so langsam wird es lockerer. Also das konnte ich wirklich nachempfinden und das fand ich auch sehr authentisch tatsächlich. Ja, also ich fand es von der Stimmung her unglaublich gut eingefangen, dieser unglaubliche Mix an Gefühlen, die die alle haben müssen. Zwischen Trauer, Erleichterung und Partylaune, ja, so ein bisschen. Diese Szene ist auch sehr lang, also die haben im Making-of erzählt, dass die 17 Seiten einnahmen im Drehbuch. Und wenn man jetzt so überlegt, also weil es heißt ja immer so Pi mal Daumen, eine Seite Drehbuch ist eine Minute Film beziehungsweise Serie. Ich weiß nicht, ob sie da noch irgendwas geschnitten haben. Worauf ich allerdings nochmal gern zu sprechen kommen würde, ist tatsächlich Daenerys. Also generell würde ich sagen, dass es eine sehr Daenerys-lastige Folge ist. Die mir langsam allerdings auch auf den Zapfen geht. Sie geht mir schon lange auf den Zapfen, aber das... Das weiß ich, aber bei mir stellt sich das langsam ein. Naja, aber Varys, Varys kam aber auch mal zum Zug, der hat jetzt auch mal viel gesagt, ne, und sich mit Tyrion unterhalten und so weiter. Ja, Gott sei Dank, der war ja, der war ja in der letzten Folge war der ja nicht wirklich vorhanden und hat ja schon lange nichts Kluges mehr gesagt oder getan. Ja, generell, also ich bin ja sehr ein Varys-Fan eigentlich, weil Varys ja... Ich hab ihn vermisst einfach. Ja, deshalb sag ich ja, also man sieht auch schon in dieser Szene, wo wir noch gerade sind, sieht man ja, dass Varys Daenerys wirklich beäugt und beobachtet und er merkt halt, dass da was im Argen ist. Also er spürt das, da stimmt irgendwas nicht und er weiß, dass er halt eben noch nicht, was da nicht stimmt und ähm... Ja, Daenerys, Daenerys wird auch durch die Inszenierung schon wirklich isoliert in dieser Szene. Ja, und ähm, also zum Beispiel, wie sie wahrnehmen, wie die alle feiern und sie sitzt eigentlich so relativ, ja, fast schon abseits. Mhm. Und da ist dann auch wieder sehr interessant, da regt sich ja letzten Endes eine gewisse Eifersucht in ihr und das ist wieder, ich kann's nur wieder sagen, da sieht man wieder ihren Bruder Viserys gespiegelt, nämlich in der ersten Staffel, äh, wo sie dieses Pferdeherz isst bei den Dothraki. Und da hat sich Viserys eigentlich ähnlich verhalten. Ja, das stimmt, ja. Weil dann so außen vor war, meinst du? Ja, weil, weil, also, Viserys sagt damals dann in dieser Szene, ja, äh, seit meinem fünften Lebensjahr werde ich irgendwie auf den Thron vorbereitet und alles Mögliche, aber ich habe nie das bekommen, was sie gerade da in diesem Zelt bekommen hat. Ja, weil der Fokus der Aufmerksamkeit plötzlich auf sie gerichtet war und weg von ihm ging. Und so geht's dir Nerys auch gerade. Genau, vor allem, sie sagt es dann auch später nochmal, dass, äh, in der Szene mit Jon später, zu der wir ja noch kommen, sagt sie dann auch, dass sie diesen Blick, mit dem sie alle Jon angesehen haben, dass sie den auch schon mal gesehen hat, aber niemals in Westeros, sondern immer nur halt in Essos. Ja, und das ist, ja. Westerosartigen, äh, tiefen Gespräche führen. Ja, Tyrion, äh, hat dauernd, äh, Blödsinn gemacht und sie nicht wirklich gut beraten und, äh, Varys traut sie immer noch nicht so ganz, ja, weil der ja immer so gern das Fähnchen im Wind ist. Also, wen hat sie denn jetzt noch, mit dem sie eigentlich tiefe, wie Sunday, ja, genau. Können wir am besten später zu sprechen, wo das dann auch mit diesem Geheimnis auch dann bald kein Geheimnis mehr ist. Ja. Ähm, ja, wir sind aber immer noch auf dem Fest. Äh, wir haben ein Trinkspiel, äh, mit Tyrion. Wir haben immer noch nicht den, wir haben immer noch nicht den Starbucks-Becher. Was für ein Starbucks-Becher? Was für ein Starbucks-Becher, woran redest du da? Habt ihr da nicht von gehört? Nein. Nein. Das ist, äh, äh, Gesprächszene Nummer, Nummer eins seit gestern, dass, äh, HBO, genau in der Szene, wo, äh, Tormund da John irgendwie ordentlich auf die Schultern klopft und Daenerys da nur sitzt. Vor ihr steht ein Starbucks-Becher. Hä? Das ist nicht dein Ernst. Doch. Warte, ich hab die Szene. Das ist der. Ich spule jetzt gerade gleich mal da. Warte, ich hab die Szene. Gibt es einfach bei Google ein oder, oder bei, bei YouTube hat irgendwie jemand einen fünf, äh, weiß ich, 45-sekündigen Clip ist, dass irgendwie da sieht man das. Bei Tormund? Ja, Tormund hab ich gerade. Ja, also, wo, wo, wo Tormund da John irgendwie hochlebt. Mit seinem Trinkhorn und so. Also, Wein verschüttet mit seinem Trinkhorn und ihm dauert irgendwie, äh, quasi schon fast Haut. Das ist doch bestimmt irgendeine Montage oder nicht? Das ist doch nicht echt gewesen, oder? Also, da, da steht ein Starbucks-Becher. Auf jeden Fall. Man, man sieht es, wenn man drauf achtet. Moment, da hab ich die Szene. Das ist halt heute der, der Witz des Tages. Oder auch gestern schon gewesen. Ach so. Okay, hab ich gar nicht gesehen. Also, selbst der Spiegel hat darüber geschrieben, glaub ich. Ach komm, mein. Ja, wenn man keine anderen Probleme hat. Ja, aber ich hab gestern bis abends gestern gar nichts im Internet verfolgt, weil ich nicht gespoilert werden wollte. Ja, gut. Und ich hab das dann abends geguckt und dann bin ich schlafen gegangen und bin ich jetzt auf der Arbeit gewesen und jetzt bin ich direkt von der Arbeit in den Podcast reingestolpert. Ja, es ist heute so der Witz Nummer eins wirklich online. Also, ich find's jetzt auch nicht so schlimm. Die Macher haben sich irgendwie auch schon jetzt für entschuldigt und es wird jetzt wohl auch für spätere Releases irgendwie digital entfernt. Ja, schade. Aber, ach ja, manche ziehen sich da irgendwie dran hoch. Ah, jetzt seh ich ihn. Ich seh ihn, ich seh ihn. Aber du, wenn man's nicht weiß, dann könnte man das auch für echt so irgendwas altertümliches, kugähnliches halten. So ist es nicht. Es gibt aber auch, ich weiß nicht, ich hatte es in unsere Facebook-Gruppe geschickt, dieses Meme, wo man den Starbucks-Becher von Daenerys sieht. Und bei Starbucks ist ja immer der Witz, da werden ja immer die Namen auf die Becher geschrieben und da ist halt irgendwie zu sehen, wie Daenerys tausend Titel versucht werden auf diesen Bechern zu schreiben. Auf den Bechern zu schreiben. Großartig. Ja, ja, Mutter der Drachen, Misa und Sturmborn. Jetzt seh ich ihn auch. Jetzt haben wir alle, jetzt haben wir es alle gesehen, jetzt können wir alle sterben. So, jetzt aber genug mit solchen Kleinigkeiten, sonst kommen wir hier wieder nicht mehr zum Abschluss. Aber das ist eine richtige große Kleinigkeit. Das ist echt, es gibt ja so richtige Agenturen eigentlich, die beim Dreh dabei sind, um Filmfehler zu vermeiden. Die dann immer gucken in der Szene, ob irgendwas, ein Flugzeug in die Szene reinfliegt oder irgendwas, was nicht passt. Und damit die das entfernen, gibt es ein Bekannter von mir, der kennt jemanden, der bei so einer Agentur arbeitet und die hatten dann wohl keine solche Firma dabei oder die hat ihren Job nicht richtig gemacht. Das sind wie die, die für Continuity zuständig sind. Das ist ja nichts anderes, dass die immer schauen, dass die gefälligst das in derselben Hand tragen wie in der Szene vorher oder dieselben Klamotten anhaben und so weiter. Ja genau, und kein Flugzeug reinfliegt ins Bild oder irgendwas, ein Fahrrad. Genau, wo das weniger Continuity ist und das ist halt dann wieder so, ja, dass eben wie gesagt keine Filmfehler passieren, die jetzt außerhalb der Continuity passieren. Du kannst sowas ja heutzutage irgendwie digital entfernen. Ja, ich finde es auch schade, weil das gehört ja irgendwie dann dazu, genau wie die Uhr bei Ben Hur und so Zeug. Ja oder ich, irgendwie, irgendwo habe ich mal gehört, beim ersten Herr der Ringe in der ursprünglichen Kinofassung fährt sogar ein Auto durchs Auenland. Äh, nee, bei Braveheart siehst du tatsächlich im Hintergrund zwei Autos mal stehen, bei der großen Schlacht, ja. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Oder bei Gladiator irgendwelche Schiefhosen, aber gut. Aber das ist bestimmte Starbucks-Schleichwerbung, also die wollten bestimmt irgendwie, das war bestimmt... Starbucks will eh die Weltherrschaft erobern, das ist doch schon immer klar gewesen. Na gut. Ja, die Macher haben auch schon drüber gewitzelt, dass jetzt irgendwie, äh, es gibt eine geheime Starbucks-Filiale in Winterfell, sie haben ja jetzt so viel Neues da. Aber, also ja, ach Gott, sie nimmt es mit Humor. Und das beweist doch die Fan-Theorie, dass das Ganze nach dem Atomkrieg spielt, oder? Ist doch, ist doch wahr. Wir müssen aber ein bisschen zulegen, weil wir sind jetzt bei 20 Minuten sozusagen angekommen. Ja, das sehe ich auch so. Wir sind schon... Deswegen, was ich noch kurz ergänzen kann, es gibt noch ein anderes kleines Detail in der Folge, äh, wenn man es nicht weiß, also eigentlich nur vom Making-of her, die beiden Showrunner haben, äh, ein Cameo als zwei Wildlinge. Ach was. Ach ja. Mit wunderschönen Bärten, ja. Okay, die muss ich mir auch noch anschauen. Okay. Gut. Äh, wir sind, sind wir schon, äh, vom Fest weg, oder wollen wir darüber noch was sagen? Eigentlich wollte ich von Brienne eigentlich noch, das ist ganz wichtig, Brienne und Sansa, nur ganz kurz, ähm, dass wir dazu auch noch was sagen, weil, äh, Brienne und Tyrion und Jaime hatten ja dieses Trinkspiel da gemacht und da hatte Tyrion dann die freche Frage, also was für ein Mundwerk er auch mal hat, wenn er betrunken ist, unglaublich. Das ist großartig. Hat er die freche Frage gestellt, ob sie noch Jungfrau, oder er hat, das ist im Trinkspiel genau, er hat behauptet, dass sie noch Jungfrau wäre und dann ist sie ganz entrustet und beleidigt dann aufgestanden und gegangen und Tormund wollte ihr dann hinterher, das war ganz witzig und er hat dann ja sozusagen einen Kopf gekriegt, war dann ganz traurig, der arme Tormund. Der hat sogar geweinstet, Tormund, das als Wildling, als ich das noch sehen darf, ihm ist eine Träne runtergekullert. Heult sich dann ausgerechnet beim Hound aus, ne? Ja. Und nimmt dann irgendein armes Schankmädchen. Und dann ist Jaime ihr hinterher und ich dachte so, hm, okay, Jaime, ja, lauf wir mal hinterher. Jaime tröstet sie wahrscheinlich. Okay, aber dazu kommen wir später. Ähm, ja, und dann, ganz wichtig, wollen wir direkt zu Sansa kommen. Sansa und dem Hound. Ja, das fand ich eine ganz, ganz wichtige Szene, wobei sich einige wieder im Internet beschwert haben, immer dieser Internet-Mob, oh, ich hasse es. Und zwar hatte Sansa ja gesagt, ähm, Sansa genau, äh, saß vor dem Hound und der Hound meinte dann zu ihr, dass sie nicht mehr der kleine Vogel ist, wie früher und, ähm, und wenn, wenn er sie mitgenommen hätte, dann wäre das alles nicht passiert und dann sagt sie aber, ja, aber wenn das nicht alles passiert wäre, mit Ramsay und so weiter und so fort, dann wäre sie nicht, dann wäre sie immer noch der kleine Vogel. Eben. Wie früher. Und da haben sich ja ganz viele Leute im Internet beschwert. Mein Gott, willst du denn jetzt Vergewaltigung verherrlichen und so weiter, dass das dann irgendwas mit, äh, mit guter Herrscherin oder Erwachsensein zu tun hat und so weiter. Und ganz viele Leute haben das im Internet geschrieben, da meinte ich zu den Leuten, ey, sorry, die Worte, die ihr jetzt gerade sagt, habt ihr ihr jetzt in den Mund gelegt, ne? Also das ist, so hat sie es nicht gesagt. Sie hat nur gesagt, dass sie dann sonst der kleine Vogel nicht mehr, wer, sie hat sonst nichts weiter dazu gesagt. Und ich finde das eigentlich treffende Worte. Also, so wie ja Bran auch sagt, das wäre, das wäre er nicht runtergeschubst worden von Jamie. Runtergeschubst worden wäre jetzt immer noch der Bran und nicht der Dreiergige. Genau, also wäre das alles halt eben in der Vergangenheit nicht passiert, wären sie jetzt nicht da, wo sie sind. Es ist dann einfach so, ohne Wertung. Genau, und ich glaube, ich kann schon verstehen, dass man das falsch oder in den falschen Hals kriegen kann, weil das natürlich schon so ein Geschmäckle hat, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, sie wollte damit wirklich nur sagen, dann sonst wäre ich jetzt nicht der, der ich bin. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, jemand anders zu sein, als der, der ich jetzt gerade bin. Ich glaube, einfach darum geht's. Eben, aber ich habe auch den Eindruck, dass ich meine Sansa ist ja für viele immer noch der Hasscharakter schlechthin. Wir hatten ja auch letztes Mal eine kleine Diskussion darüber. Also ich meine, ich habe auch meine Probleme damit, wie man mit der Figur umgegangen ist, insbesondere in Staffel 5. Da hatten wir ja letztes Mal drüber geredet. Ich finde allerdings, dass sie jetzt eigentlich, also die Szene führt auch nochmal ihr und dem Hound und dem Publikum vor Augen, was sie für eine Entwicklung gemacht hat. Und ich habe schon länger den Eindruck, dass viele Leute diese Entwicklung einfach nicht sehen wollen, weil sie die Figur hassen. Das ist genauso, wie sie ja die Entwicklung von Arya nicht sehen wollten, weil sie, oh, Arya hat eine Sexszene, die ist nur noch ein Kind. Nein, ist sie nicht. Ja, also, sondern ihr habt sie als Kind kennengelernt, aber die ist halt erwachsen geworden. Und das wollt ihr halt nicht wahrhaben. Ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich. Ja, ich glaube aber auch, viele haben was gegen Sophie Turner, gegen die Schauspielerin, weil viele ja meinen, sie könnte nichts schauspielern, was ich absolut nicht sagen kann. Also ich finde, sie macht das schon sehr gut und sie ist auch gewachsen in den Jahren. Und sie macht das ja jetzt zehn Jahre mit den ganzen anderen da zusammen. Und ich freue mich. Ich glaube, da ist viel Neid dabei. Viel Neid? Naja. Ja, die hat Cybermobbing abgekriegt. Da habe ich ja jetzt auch. Die hat irgendwie Depressionen gehabt und alles Mögliche. Und ich hatte auch gelesen, sie sollte irgendwie abnehmen für die Rolle und so weiter. Und es haben sich auch welche beschwert. Sie, weiß ich nicht, ihre Haut wäre zu bleich. Ja genau, das ist ja auch total ungewöhnlich, dass Rothaarige eine dünnere oder hellere Haut haben. Vor allem im Norden. Genau. Hä? Was für, was für, das ist das, was mich aufregt. Dieser Cybermob, ne? Die sind, da hängen sich einige in einem Satz auf und machen dann alle mit. Also es ist schlimmer als in der Schule. Also ich glaube schon, dass da viel Neid dabei ist. Die ist einfach eine Hübsche, die kann auch Schauspiel spielen, spielt eine geile Serie mit und dann will man halt irgendwas finden, wo man die schlecht machen kann. Da will ich. Na, aber es sind aber auch viele Männer. Ich weiß nicht, ob Männer neidisch auf schöne Frauen sein können. Verstehe ich nicht so. Also mit ihrem Schauspiel, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Insbesondere in der letzten Folge diese Szene mit Tyrion, die wir leider gar nicht angesprochen hatten. Wo man wirklich denkt, dass sie über Selbstmord nachdenkt in dem Moment. Und man wirklich die Angst in ihren Augen sieht. Und das fand ich, fand ich großartig gespielt. Und wenn man sowas ohne Dialog rüberbringen kann, spricht das eigentlich für Talent. Ich meine... Ach, du meinst in der Krypta jetzt. Ah, okay, okay, okay. Ja, genau, genau, das war eine sehr schöne Szene, wo, also zwischen ihr und Tyrion, die war wunderbar einfühlsam inszeniert in dem Moment. Und das war halt auch schön, dass man mitten in diesem Chaos so eine intime Szene hatte. Ich kann mich allerdings auch erinnern, dass wir irgendwie mal, ich glaube, da warst du auch bei Pia, als wir über diese ganzen Comics-Serien gesprochen hatten. Und auch jetzt hier irgendwie Dark Phoenix, hier X-Men, weil da ging dann irgendwie auch so ein bisschen die Klappe auf, hatte ich den Eindruck. Also Sophie Turner soll in X-Men nicht so toll gespielt haben. Das kann ich natürlich nicht beurteilen, ich habe die Filme nicht gesehen, aber... Ja, weiß auch nicht, warum sagt man sowas, wenn man den Film noch gar nicht gesehen hat. Ich freue mich mega auf den Film und ich glaube, sie wird das richtig gut machen. Die Szenen, die ich bisher gesehen habe, waren super. Also ich weiß nicht, ja... Ich kenne sie nur hierher und ich finde sie klasse. Ich finde auch, dass sie so toll mittlerweile auch die Rolle der Lady von Winterfell ausfüllt. Also sie ähnelt so sehr ihrer Mutter Catelyn inzwischen. Ja, ich finde das total toll. Ich finde sie total toll und ich finde Sansa total toll und ja, so viel dazu. Ja, ich muss zugeben, ich habe sowohl für die Figur als auch die Schauspielerin irgendwie eine Schwäche mittlerweile. Ah, für die Schauspielerin auch. Okay. Jetzt haben wir eine Lanze gebrochen für Sansa und Sophie Turner. Genau, aber jetzt sollte man, glaube ich, tatsächlich fortschreiten mit den Szenen, sonst wird das heute nichts mehr. Ja, wollte ich gerade sagen. Die Folge ist so vollgestockt. Ja, genau. So, und dann kommen wir direkt, so die Szene mit Gendry und Arya hatten wir ja schon. Okay. Genau, da kommen wir jetzt hin, ja. Genau. Moment, wir waren gerade bei Brienne und Jamie, wo ich mir auch gedacht habe, so, ja, jetzt bitte aber nicht ins Bett hupfen und das kann doch wohl nicht wahr sein. Genau. Und es passiert dann und ich denke mir nur, what the fuck. Das war mein zweiter Moment. Das war, glaube ich, unnötig wie ein Kropf und macht auch für mich überhaupt keinen Sinn, wenn man diese ganze Vorgeschichte von denen betrachtet. Genau, das war mein zweiter Moment. What the fuck, sind wir jetzt wieder in Disneyland? Okay. Ja, irgendwie. Das war mir zu viel, das passt einfach nicht zu Game of Thrones. Ich verstehe das, wenn es in einer Folge mal einen schönen Moment gibt, aber ich habe sonst immer in den letzten Staffeln, bin ich das gewohnt, dass eigentlich jede Folge schrecklich ist. Okay. Also, was ist das? Das ist zu viel Friede vor der Eierkuchen, zu viel Kitsch, zu viel Romantik. Und dann habe ich, und diese Szene, die wir hier sehen, steht total im Widerspruch mit der nächsten Szene von Jamie und Brienne, die dann passiert. Und was Jamie über sich selbst dann auch sagt, so Hass erfüllt, wie er auf sich selbst ist. Also, da habe ich überhaupt nicht verstanden. Was soll das denn? Und warum müssen die jetzt miteinander schlafen? Nur weil sie jetzt, weil raus ist, dass sie Jungfrau ist. Was soll das? Warum auch er mit ihr? Er wollte mal mit einem Ritter schlafen. Boah, ich weiß es nicht. Mich hat es jetzt nicht gestört, muss ich dir sagen. Nee, eigentlich nicht, weil ich fand es eigentlich auch wieder konsequent von deren Beider-Arc von Folge 2, die halt wieder aufgegriffen wurde. Und dieses, ja klar, von wegen, ich habe noch nie mit einem Ritter geschlafen, sie ja auch nicht. Aber das ist ja dann ein Stück weit, also man muss bedenken, Brienne ist ja auch ein Stück weit eigentlich eine ältere Variante von Arya. Und da hatten wir ja auch schon so eine Szene. Und das ist ja ein Stück weit auch ein Zeichen irgendwie für, sage ich mal, Selbstbestimmung. Also, vor allem bei Arya war es Selbstbestimmung. Man muss halt auch bedenken, dass es in dieser Welt einfach ungewöhnlich ist, dass Frauen sich überhaupt Sexualpartner aussuchen dürfen. Ja, aber hat sie ja so nicht. Ich meine, die war ja auch völlig baff, als er reinkam und dann irgendwie anfing auszuziehen und so. Also, da finde ich jetzt wenig Parallelen zu Arya, ehrlich gesagt. Also, ja, was ich glaube, Jamie war einfach betrunken und er stand schon immer auf sie. Ja, sie hat sich immer angeguckt. Jetzt seid sie in dem Dampfbecken waren und sie aufgestanden ist. Und da er jetzt einfach betrunken ist und jetzt die Hemmschwelle gesunken ist und dann dachte er sich einfach so, jetzt hole ich mir sie einfach, jetzt ist es vorbei. Ich habe sie schon so lange angestarrt, ich habe sie schon so lange im Kopf gehabt und ich bin jetzt eh nicht bei Cersei. Ich bin jetzt hier in Winterfell, hier ist es sowieso ganz anders und weiß ich nicht, vielleicht waren das einfach nur irgendwelche Triebe. I don't know. Ja, deswegen fand ich es einfach auch unnötig und unwichtig. Ja. Ich fand die Szene jetzt auch nicht irgendwie sonderlich romantisch, die war eigentlich... Man hat sonst immer alles gesehen und da hat man jetzt schon wieder nichts gesehen. Was ist das Game of Thrones geworden? Ja, eben. Die zeigen gar nichts mehr. Ja, aber bei Brienne, bei Brienne hat man doch nie was gesehen. Doch, man hat, als sie da aufgestanden ist in dem Dampfbad, hat man ihren Hintern gesehen. Man hat wenigstens Jamie's Arst. Ja, gut. Also mindestens. Ja, aber hallo. Ja, gut, es kann aber auch sein, dass die Schauspieler es nicht wollen. Dann sollen sie ein Double dahin stellen. Ist mir scheißegal, aber der ganze Flair... Ja, aber war das jetzt unbedingt so nötig in der Szene, ist die Frage. Es passt nicht zu Game of Thrones, wenn weggedreht wird mit der Kamera, wenn da keine Nahaufnahme ist. Da als Missandeys Kopf da abgehackt wurde, wo war dann die Nahaufnahme? Wo war das Blut, was gespritzt ist? Das Blut hat man gesehen und die Nahaufnahme brauchen wir nicht. Ich meine, wir haben auch bei Ned Starks, wieso bei Ned Starks Hinrichtung, haben wir auch keine Nahaufnahme gehabt. Aber da hat man den Kopfrollen gesehen in der Nahaufnahme. Nee, nein. Aber ordentlich was gesehen. Nein, man hat nichts gesehen. Sorry, ich hab so einen Hass auf die Folge. Man hat in der Unschärfe hat man gesehen, wie Ser Ellen Payne den Kopf hochhält. Das hat man in der Unschärfe gesehen. Genauso wie man hier in der Unschärfe im Hintergrund Missandays Körper gesehen hat. Und man muss auch bedenken, hier Grauer Wurm hat sich ja dann auch abgewendet. Aber ja, wir haben jetzt schon, wir haben jetzt so weit vorgegriffen damit. Man hat aber auch schon genug Enthauptungen gesehen, die sehr grafisch und sehr nah dran waren. Also so ist ja nicht. Nee. Und Game of Thrones, ja, ich bin da schon bei Pia, dass das Ganze so ein bisschen Richtung familienfreundliches Fernsehen geworden ist. Und früher war das halt die Serie, die dafür bekannt ist, dass sie keine Gefangenen macht und dass sie sich einfach nichts scheißt. Ja, und jetzt scheißen sie sich halt plötzlich was. So kommt mir das vor. Ja, und das ist seitdem, das ist seitdem der George R. R. Martin weg ist. Richtig, seit die Bücher ausgegangen sind. Seitdem wird das immer schlechter. Also was die künstlerische Art und Weise der Umsetzung angeht, ist einfach anders. Das ist verweichlichter worden. Ja gut, sie hatten, also jetzt mal der These folgend, wo wurde das Mädchen verbrannt? In Staffel 5, wo Martin ausgestiegen war. Ja, das war ja immer noch so halb-halb. Nee, er war doch, nee, er war doch in Staffel 7, war er nicht bis Staffel 6 mit dabei und Staffel 7 und 8 war er nicht mit dabei. Eben, in Staffel 6 waren noch Sachen, die im Buch waren, das ging dann halt so fließend über, manche Sachen waren nicht mehr im Buch. Nein, es ging darum, dass er dabei war, dass er ja noch die Hoheit hatte, dass er immer noch eingreifen konnte und sagen konnte, nee, mach das so, mach das so. Er war ja dabei bei den Dreharbeiten. Er ist ja irgendwann bei den Dreharbeiten dann ausgestiegen, weil er dann seine Bücher weiterschreiben wollte. Ja, wo er jetzt immer noch nicht fertig ist. Also für mich war auch der Schnitt, der klar wurde nach Staffel 6, ab da wurde es eine andere Serie. Mehr Sorge. Ja. Ja, er ist schon ab Staffel 5, also man hat es auch daran gesehen. Ja, aber da hat man es noch nicht so gemerkt. Er hat ja auch die Drehbücher teilweise mitgeschrieben. Staffel 1 bis 4 hat er immer ein Drehbuch geschrieben. Ja, und er hat Staffel 7 und Staffel 8 nicht mitgeschrieben. Staffel 7 wurde schon schwächer und Staffel 8, sorry, bin ich, wir sind jetzt bei Folge 4. Sorry, ich war das erste Mal, also jetzt mal ganz ehrlich, ich bin gestern von der Arbeit nach Hause gekommen. Ja, normalerweise hätte ich vorher bei Staffel 7 oder so, hätte ich mir das morgens angeguckt, die Folge, oder direkt abends nach der Arbeit direkt die Folge reingeschmissen. Habe ich nicht, ich habe noch ganz relaxed noch was anderes gemacht und ich war nicht mehr so wild, sorry, aber das ist, ja. Ja, es ist ein bisschen anders geworden. Aber gut, das ist eine Grundsatzdiskussion, die, glaube ich, an anderer Stelle geführt werden müsste. Wir müssen weiter traben in der Folge. Ja. Ja, sehr gut. Also, Brian, Jamie, haken wir mal ab. Ich fand es einfach unnötig und unlogisch, aber vielleicht war es einfach nur aus Lust an der Freude. Wir machen jetzt, wir just to fuck things up, wie es so schön heißt. Fand ich auch, bin ich bei dir. Also, ich hätte es gut gefunden, wenn sie wirklich die tollen Nahaufnahmen gemacht hätten. Das muss ich sagen. Also, dann wäre das wieder, hätte es wieder Sinn gemacht. Ja, die Folge war ja FSK 12. Ja, das wird ja auch, das ist ja erschwerend dazu. Damit die Kinder endlich gucken können. Ja, Game of Thrones ab 12, mein Gott, wo sind wir gelandet? Es gab aber auch schon, in den alten Staffeln gab es auch schon mal Folgen, die abzuhören waren. Das ist immer... Okay, nächste Szene. Daenerys und Jon. Können wir das kurz halten, weil das hat mich aufgeregt. So, Disneyland, Moment. Drei. Disneyland, Moment. Warum? Nummer drei. Das war überhaupt kein Disneyland. Für mich ist... Doch, für mich war die ganze Folge nur Disneyland. Bis auf einen Punkt, wo ich gejubelt habe. Okay, aber das... Gott, Gott, Gott. So kommen wir später vor. Tilo, erzähl. Erzähl, was fandest du an der Szene blöd? Ah, die war auch so awkward. Irgendwie, weißt du, wie er hat... Also, erstmal war die auch sehr vorhersehbar, was ich bei Game of Thrones überhaupt nicht mag, weil das ja eher selten vorkommt, wie sie reinkommen und fragen, ja, bist du betrunken? Und er so, nein, steht auf und schwankt ein bisschen und sagt dann natürlich... Doch, ein bisschen. Und ich so, haha, vielen Dank, da hätte ich jetzt gar nicht erwartet, da kann jeder Hobby-Drehbuch-Autor, hätte das genauso hingekriegt. Und dann dieses, oh, jetzt müssen wir uns aber küssen und so tun, als hätten wir jetzt gleich Koitus. Aber nein, geht natürlich nicht, weil da steht ja jetzt was zwischen uns. Die sind ja irgendwie doch verwandt. Und dann geht das halt gar nicht und dann kommt natürlich der Krach und, ja, im Grunde das, was ich in der letzten Folge eigentlich erwartet hätte, kam dann halt jetzt. Und für mich etwas zu spät und irgendwie auch vorhersehbar und langweilig, ganz einfach. Aber sie wollte ja, ne? Sie wollte ja und er nicht. Und das ist genau das, was Varys später gesagt hat. Und was ich ja selber schon, bevor Varys das gesagt hatte, hatte ich ja mit meinem Chef, weil mein Chef auf der Arbeit, der guckt ja auch Game of Thrones. Und mit ihm habe ich dann ja auch diskutiert über die Folge. Und dann meinte ich auch zu ihm, ja, für Daenerys wäre das wahrscheinlich kein Problem, aber für Jon wäre das ein Problem, weil Jon einfach anders aufgewachsen ist. Und da merkt man halt, wie unterschiedlich das ist. Ja, er ist ja kein Targaryen. Also er wusste nicht, dass er Targaryen ist. Sie ist als Targaryen aufgewachsen. Ja, genau. Das ist ja ziemlich normal. Genau, die haben ja die Geschwister, die Geschwister wurden ja verheiratet. Das sind Brüder, Schwesternichten. Und Jon wurde ja unter einem ganz anderen Glauben, ist er ja aufgewachsen. Und für ihn ist das ein Problem, ja. Ja, aber jetzt haben wir diesen Grundkonflikt endlich drin und die Saat ist gesät, sag ich mal. Und jetzt bitte auch weiter. Ja, das war ja vorher schon. Also der Konflikt, der wird ja eigentlich schon über die ganze... Also für mich ist das eigentlich die Kernfrage der ganzen Staffel bislang. Wer verzichtet für wen auf den Thron und aus welchen Gründen und Motiven? Ja, aber das finde ich auch nicht wirklich spannend, weil der Jon ja eh nie Bock hat, König zu sein. Er wird ja nur immer so ein bisschen genötigt, weil er kein anderes machen will und so. Und in dem Fall sehe ich jetzt nicht, dass er da plötzlich zu ihr sagt, ey, pass mal auf, ich bin dir der Babbo. Ja, ich kriege auf den Thron, Alter, weil du bist eine Frau. Kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen ist das für mich ein langweiliger Konflikt noch. Also ich kann nur noch mal sagen, ich finde sie als Paar, also in Staffel 7 fand ich sie teilweise so unerträglich langweilig. Ich finde, die haben keine Chemie nach wie vor oder bis zu diesem Punkt hier, weil ich muss zugeben, seit jetzt dieser Konflikt zwischen denen etabliert ist, finde ich sie sogar eigentlich recht überzeugend. Jetzt stehe ich wahrscheinlich total allein da, weil ich meine, sie stellt dann ja auch diese... Also sie will ja eigentlich, dass es wie früher ist und dass es so ist, als wäre es nie gewesen, als hätten sie das beide nie erfahren, dass er in Wirklichkeit Aegon ist. Und was sie dann aber von ihm verlangt, das ist wirklich aus reiner Selbst... Ja, sie verliert die Kontrolle. Sie ist ein kontrollwichtiges Kleines... Ja, das ist jetzt auch diese Entwicklung. Ja. Diese Entwicklung, ja. Bitch, Vibe. Vibe. Ja, die will es halt, die will es nicht wahrhaben. Haben wir ja schon, also das wird ja schon breit getrampelt in den letzten Besprechungen auch, dass halt diese Entwicklung von der Sklavenbefreierin zur... Zur Mad Queen, ja. Ich will jetzt aber auf meinen Thron, ja. Ja, genau, dass das halt, ja, nicht wirklich zu ihrem Vorteil gedeiht, weil jetzt wird sie langsam echt unsympathisch. Ja, aber diese Entwicklung, das fängt ja schon recht früh an. Sie hat ja, die Hexe hat sie ja damals schon getötet, die, ja, natürlich, sie hat ja, theoretisch sagt man, sie hat es verdient, aber sie ist ja ziemlich radikal. Auch diese Sklavenhändler oder Sklavenbesitzer, die sie getötet hat, hat sie dann einfach nur getötet und verbrannt, sondern hat sie zusätzlich auch noch kreuzigen lassen und zur Schau stellen lassen. Das fing ja damals schon alles an. Also es gab immer wieder Anzeichen. Genauso wie, wie ja auch Leute über Star-Wars-Filmen diskutieren, wie Anakin Skywalker sind, blablabla. Es gab immer Anzeichen, bei Daenerys auch, es gab immer ein Anzeichen für Wahnsinn und Skrupellosigkeit und Grausamkeit. Und deshalb bin ich seit Jahren kein Fan mehr. Da ist mir neulich, wo ich eine ältere Folge mal gesehen habe, mit diesem Pop-Up-Channel, der ja vor der neuen Staffel bei Sky lief, wo du alle Folgen hintereinander nochmal sehen konntest, wo einem so viele Sachen auffallen, die jetzt wieder Sinn machen. Das fand ich schon sehr begeisternd wieder. Wie ist diese Stadt, wo sie durch die Wüste mit ihren letzten Dothraki sich hinschleppt und die dann erst sie nicht reinlassen wollen? Kart. Kart war das, genau. Und sie hat ja überhaupt null Leverage. Sie hat nur ein paar Babydrachen, sie hat kein Geld, sie hat gar nichts, keine Krieger. Und die Händler behandeln sie halt dementsprechend mit Verachtung. Und sie sagt, naja, wenn ihr mich jetzt nicht reinlasst, dann werde ich mit Feuer und Stahl, werde ich hier das einnehmen, obwohl sie halt überhaupt keine Chance hat. Aber da habe ich mir auch gedacht, die ist schon ein bisschen größtenwahnsinnig. Ja, ja, also es fängt schon sehr früh an. Es ist, also spätestens in Mirren ist das, in Mirren ist sie doch letzten Endes eigentlich gescheitert, wenn man mal ehrlich ist. Genau. Weil sie hat es wirklich geschafft, durch eine Laune das ganze Volk gegen sich aufzubringen und sie hat letzten Endes eigentlich nicht anders gehandelt. Also das ist so bezeichnend, wie, ich glaube, in der sechsten Staffel steht irgendwo in Mirren an der Wand, kill the masters, Misa is the master. Und da hat sie endgültig verkackt beim Volk. Und sie macht hier genau dieselben Fehler, ob es mit dem Verbrennen der Talis ist, ob es mit den Eisenmännern ist, denen sie von heute auf morgen vorschreibt, wie sie zu leben haben. Ich meine, klar, natürlich, die will Sachen ändern, aber sie versucht es mit der Brechstange. Ja. Richtig. Tyrion hat es aber mit Diplomatie probiert und es hat auch nicht geklappt. Aber weil sie hat sich an Essos nicht ausgeklickt. Sie hört ja auch nicht auf ihre Berater. Sie hat immer Berater an der Seite, aber hört gar nicht auf sie und macht sowieso ihr eigenes Ding. Also ich fand Daenerys früher ganz, ganz toll, so wie sie so gewachsen ist. Aber so wie sie sich so entwickelt, das ist halt, also ich kann sie gerade nicht so wirklich leiden. Gerade geht das natürlich in Staffel 8 jetzt so extrem aufs Ende zu. So, jetzt wird sie wirklich mit all Tempo nochmal so richtig zur Mad Queen wahrscheinlich dann. Obwohl ich es jetzt nicht überhastet finde. Es ist eigentlich alles recht stimmig hergeleitet mit den Vorgängerstaffeln und wie gesagt, ich bin seit, ich glaube Ende von Staffel 4 bin ich kein Fan mehr von ihr. Also ich fand sie, ich fand sie sehr stark da, als sie damals die Sklaven da befreit hat und die Sklaven. Da haben wir sie ja gelebt. Ja, da, da war sie wirklich toll und ich, ich muss sagen, da spielt Emila Clark auch irgendwie noch besser. Irgendwann hab ich mich. Ich fand es sie toll, als die Leute gekreuzigt worden sind und zur Schau gestellt worden sind. Nee. Ja, aber als sie die Sklavenhändler da, also wo die den ersten Drachen gibt für die Unbefleckten und der beleidigt sich dauernd und sie versteht alles und also wie sie einfach das gespielt hat. Ja, das war cool, ja. Und dann die Oberhand am Ende hatte. Das war doch super, da haben wir doch alle gejubelt. Das, das meinte ich. Ja, da war ja auch eine Menge Symbolik hinter, allein schon wie sie dann irgendwie da auch rausreitet und dann die Peitsche fallen lässt. Also da merkt man natürlich auch, dass das Ganze letzten Endes dann auch irgendwie ein bisschen amerikanisch geprägt ist von wegen Sklavenbefreiung. Ja, oder die Fuß- und Halsfesseln mit den Katapulten drüber schmeißen lässt. Genau, also hier mit den, ja, nee, also in Meren, da war für mich Schluss mit Daenerys irgendwann. Sie hat einfach wahnsinnig dumme Entscheidungen da getroffen und sie macht dieselben Fehler in grün einfach wieder. Für mich ist eher der Bruch gekommen, seit sie in Dragonstone angekommen ist. Diese unglaublich lange Szene, wie sie da ohne ein Wort da vom Boot steigt und dann ihre ja, frühere Heimat da alles sich nochmal anschaut. Ob dann das, das von, von Stannis das Banner runterreißt und so weiter. Oh, die ist fantastisch, die Szene. Ja, aber da hat es bei ihr so ein bisschen Klick gemacht. Da hat sie sich verändert, weil auch die Gegend einfach anders ist. Seitdem sie auch Westeros ist, ne? Ja, das ist durchaus ein Punkt. Ja, genau. Ja, weil sie, sie, sie kennt halt auch Westeros nicht. Also viele, viele nehmen sie ja immer da mit in Schutz. Ja, die weiß doch nicht, die Arme, die, die kennt sich doch nicht aus. Ja, toll, dafür hat sie aber irgendwelche Berater. Ja, und hiermit, das hat man in der Szene gesehen, wo sie die Talis verbrannt hat. Sie hat nicht mal drüber nachgedacht, den Dikon-Tali einzusperren. Die haben ja wirklich wie auf ein krankes Pferd auf sie eingeredet, ja? Ja. Und jetzt kommt es auch zurück mit dem Sam, also wenn da nochmal was kommt. Sie kennt nur Feuer und Blut. Sie will immer Feuer mit Feuer bekämpfen, letzten Endes. Und dann auch diese Pseudo-Wahl, also da habe ich, das muss ich mal kurz eindenken, da habe ich mich auch wirklich aufgeregt. Weil viele haben sich dann damit rausgeredet, hier mit den Talis, ja, sie hat ihnen ja eine Wahl gelassen. Und Cersei hat ihnen ja überhaupt keine Wahl gelassen. Aber was ist denn die Wahl? Treue bis in den Tod? Oder sofortiger Tod? Das ist doch letzten Endes die Wahl. Und die beiden Showrunner haben das dann leider auch in dem Making-of irgendwie leider sehr relativiert, was mich echt geärgert hat. Weil ab dem Punkt hat Daenerys wirklich irrational gehandelt. Und auch wirklich gegen jeden klugen Rat von Leuten. Ich meine, Tyrion hat das getan, weil, ich meine ganz ehrlich, da ging ein Haus wortwörtlich in Asche auf in diesem Moment. Und Tyrion hat gemerkt, oh, jetzt läuft hier gerade was ganz schief. Das hat man bei ihm echt gesehen. Ja, und er hat immer mehr Zweifel. Jetzt hat sie einen Weg eingeschlagen, der wirklich schief läuft. Ja, aber ich habe es kommen sehen, kann ich nur anders sagen. Und ich finde auch, also immer diese Rückbezuge auf Viserys sind absolut konsequent. Aber ich glaube, wir müssen jetzt mal weiterkommen. Ja, genau. Aber war ein wichtiger Plot, also den musste man schon besprechen. Aber jetzt haben wir das ja auch mal abgehakt. Insbesondere bei der Folge ist es wichtig, weil es ist wirklich eine sehr, es ist eine Danny-Folge, kann man nicht anders sagen. Ja, genau. Gut, sind wir fertig mit dem Fest. Nee, wir sind ja schon weiter. Wir sind ja schon bei der Kuss-Szene mit Jon und Daenerys, da waren wir ja schon vorbei jetzt. Und dann, die treffen sich jetzt alle, um nochmal die Kriegsplanung zu besprechen. Und da, genau, selbes Thema wie eben auch. Daenerys will wieder was ganz anderes. Sie wird beraten, das nicht so zu tun, will es aber dann doch anders. Also sie, oder, nee, gar nicht, weil sie hat sich doch überreden lassen und ist eingeknickt, wenn es darum geht, erstmal die Stadt zu belagern, statt sie direkt anzugreifen. War das nicht irgendwie so? Richtig, aber dass die Leute sich erstmal ausruhen dürfen nach der Schlacht um Winterfeld, da hat sie nicht nachgegeben. Die wollte ja gleich alle, alle sofort wieder an die Front, was ich auch unglaublich dämlich finde als, als, ja, als Herrscherin oder beziehungsweise als jetzt Kriegsstrategin. Tja, da merkst du wieder, wie, wie rücksichtslos sie ist. Ja, und auch dumm. Es ist auch ein bisschen dumm. Ja, ist saudumm. Aber es passt zu ihr. Es passt zu ihr, es passt einfach, sie ist einfach wahnsinnig, also, auch in der Szene mit John, sie sagt ja irgendwann, ja, ich hab ja noch nie um irgendwas gefläht, aber ich flähe dich an, leb weiter, diese Lüge. Also da hab ich auch gestern, muss ich kurz eindenken, in Facebook-Gruppen haben mir irgendwelche gesagt, ja, das sei ja nicht so schlimm, weil John hätte ja schon immer eine Lüge gelebt und es würde ja dann jetzt für ihn auch weitergehen. Der Unterschied ist aber, er hat vorher nichts von dieser Lüge gewusst und sie verlangt wirklich von ihm, letzten Endes, aus rein egoistischen Gründen, dass er sein Maul hält und dass er, und das finde ich auch erschreckend, wie sie direkt von Sam und Bran redet. Von wegen, die sollen die Fresse halten, sonst stoppst sie. Und auch eine Szene, die ja auch im Trailer war, als sie dann von den Lannisters spricht, also von Cersei und so, ja, wir werden meine Gegner oder meine Feinde ausrotten mit Stumpfers. Und Stil. Und das ist halt Nazi-Terminologie, nicht mehr, nicht weniger. Tja, sie spricht dann auch von Bestimmung, ne, und Varys sagt er dann, er hat einigen Tyrannen gedient und die haben alle von Bestimmung gefaselt. Aber wir müssen noch kurz eine Szene dazwischen schieben eigentlich, nämlich die, dass John steif und fest darauf besteht, es zumindest Arya und Sansa zu sagen, was es mit ihm auf sich hat. Och ja, das war auch ein leidiges Thema. Ja, und er hat es dann auch getan. Es war so klar, dass das in die Grütze geht. Ich meine, er hat von ihr die Erlaubnis nicht bekommen, wenn ich das richtig... Aber er hat es auch nicht geschworen? Nee, er hat sich so drumherum gewunden und dann hat er es natürlich sagen müssen. Und das fand ich auch eine cooles, also eine interessante Szene, wo sie dann im Götterhain sind. Und er schaut Bran an und denkt sich inständig, Alter, sag doch mal was. Und der Bran dann so völlig Arschloch-mäßig, ist deine Entscheidung. Und ich so, boah, was für ein Arschloch. Ja, aber er ist doch auch richtig, ich finde das sehr respektvoll von Bran. Ja, ja, schon, aber John hat sich das anders gewünscht, so richtig ganz ehrlich. Naja, jetzt war er dann in der Pflicht, dann hat er es natürlich erzählen müssen und Sansa und Arya haben geschworen, es nicht weiter zu verraten. Und spielen dann stille Post. Was ich richtig bitschig finde, dass sie den Schwur gebrochen haben später. Ich glaube, Sansa hat 15 Minuten gebraucht, um einfach die Klappe nicht halten zu können. Also da war sie wieder der kleine Vogel irgendwie, weißt? Da habe ich mich geärgert über sie. Aber es war auch ein strategischer Schachzug, weil, dass sie das Tyrion erzählt hat, das war, da war eine Absicht hinter. Also sie ist nicht einfach nur eine Schnabbeltappe. Aber einen Schwur bricht man nicht so einfach. Ja, aber ganz ehrlich, wenn man einen Schwur leistet. Gegenüber seines Bruders. Gerade doch. Oder je nachdem, was er jetzt ist für sie. Und gerade im Norden, also ich meine, weiß ich nicht, also John würde sowas niemals machen. Hat sie die Finger gekreuzt gehabt hinterm Rücken oder was? Habe ich da was übersehen? Was war da los? Arya hätte es auch niemals gebrochen. Ja, aber John hätte auch niemals einen Schwur gebrochen. Nö. Arya hat es doch gar nicht gebrochen. Und deswegen fand ich das erstes Mal ein bisschen out of character, außer dass sie so einen Rückfall eben auf kleine Vogelzeiten hat. Out of character. Oder es muss irgendeinen größeren Grund haben. Ich glaube, sie konnte einfach die Klappe nicht halten. Ich meine, das kennt man ja aus dem echten Leben auch. Mir ist das auch schon mal passiert, dass ich jemanden sowas habe schwören lassen und dann hinterher erfährst du, oh, hat aber doch gesabbelt. Ja, und ich habe Sansa bis dahin sehr gemocht. Ich mag Sansa immer noch. Und das, was sie gemacht hat, den Schwur gebrochen hat, das hat mich so wieder so ein bisschen traurig gemacht. Oh nein, Sansa, bitte nicht. Warum machst du das denn jetzt? Ja, sie ist aber, es ist natürlich auch, also Sansa will ja auch wirklich mit aller Kraft Daenerys gegens Bein treten. Und dass sie das Tyrion erzählt hat, ich glaube, dass das ein Schachzug war. Ich hatte auch noch mal vorhin irgendwie einen Artikel gesehen, dass, man darf nicht vergessen, bei wem die in die Schule gegangen ist. Ja, Littlefinger. Ja, stimmt schon. Und da ist irgendwas, also Sansa ist momentan eigentlich mit einer der spannendsten Figuren, insbesondere was so ihren Kampf um die Unabhängigkeit des Nordens angeht. Und Tyrion ist ja eigentlich ein Baustein dafür, ein Stück weit. Ja, aber jetzt ist es raus, jetzt weiß es dann natürlich Varys und dann keine Ahnung, in was für Wellen das noch schlägt, aber gut. Stille Post in Westeros. Genau, wie gesagt, die Saat ist gesät und mal sehen, wie die aufgeht dann. Und was ich auch interessant finde, Varys hatte doch damals in den ersten Staffeln immer so seine Vögelchen gehabt, ne? So die Kinder und andere Leute, die dann zu ihm gekommen sind und ihm dann immer dann Informationen zugespielt haben. Das hat er mich so an Sansa erinnert, ich bin nicht mehr der kleine Vogel oder wäre nicht mehr der kleine Vogel. Aber jetzt, weißt du, Vogel und so wie Dominik du auch sagst, sie ist irgendwie wieder der Vogel irgendwie so ein bisschen. Ja, die Spottdrosse vielleicht eher. Was, die Drossel von den, nee, 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 Spatz, ne? Scheiße, egal. Die Spatzen waren, das ist... Ja, die Spatzen sind schon lange tot. Das gibt ja, also hab ich mir auch noch nicht gedacht, die heißen alle so wie die, die Spatzen sind alle in der Septe zerborsten. Und die kleinen Vögelchen, die hatte jetzt der Quiborn übernommen von Varys damals. Die haben ja auch ein Purcell umgelegt und so weiter. Bin gespannt, was da noch kommt. Aber ich glaube, dass es mit einem kleinen Vogel jetzt in der Hinsicht jetzt wenig zu tun hat. Aber Varys kriegt immer noch Informationen. Vor allem ist da auch was versteckt. Habt ihr das mitbekommen? Ich glaube, dass das vielleicht nochmal eine Rolle spielen könnte. Er sagt nämlich, dass es jetzt einen neuen Fürsten von Dorne gibt. Ja. Und dass der seine Unterstützung zugesichert hat. Aber ich glaube, das war einfach nur, oh, wir müssen das nochmal erwähnen. Aber ich glaube, dass die keinen Bock haben, jeweils wieder was von Dorne zu zeigen. Weil das so den Bach runtergegangen ist. Aber doch, ich hätte da richtig Bock drauf. Ich auch. Ich habe die Dorne, die Dornenszenen habe ich richtig gerne gemocht. Ja, visuell schon. Und ich fand das so schade, dass wir da später nichts mehr von gesehen haben. Könnt ihr mir verraten, warum es so viel Hass im Internet gegen diese Dornenszenen gab? Ich fand die nicht schlecht. Also ich fand die interessant. Aber wenn du immer, oh, Dorne war so furchtbar. Und ah, wie schlimm, wie schrecklich war das denn anzuschauen. Ich verstehe nicht, wo das herkommt. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, also erzählerisch war Dorne so ein bisschen schwierig. Also sie haben dann auch später eingesehen, dass es nicht funktionierte. Und sie haben eigentlich den Handlungsstrang in Staffel 7, haben sie den regerecht kastriert aus der Serie. Aber ich verstehe nicht, warum. Ich fand das ein toller Gegenentwurf zu jetzt Königsmund oder Winterfell. Das war einfach eine andere Gegend, wo andere Sitten herrschen. Und wie die da drauf sind. Und auch diese... Da gibt es dann Spin-Off genießt. Wie Jaime mit Bronn dann da drüben war, fand ich echt ganz witzig, wie sie sich mit den Sandschlangen gebattelt haben. Also mir hat es gefallen, muss ich einfach sagen. Stichwort Bronn, wir müssen noch über Bronn reden. Ach, wollte ich gerade sagen. Den haben wir vergessen. Ja, Jaime und Tyranny, das kommt jetzt nach der Szene direkt. Ach so. Obwohl die wirklich enttäuschend war, die Szene. Also die Szene an sich ist eigentlich toll, aber im Kontext ist sie enttäuschend. Also erst mal... Aber gut. Erst mal ist der auch wieder... Das war für mich Disneyland Nummer 4. Ja, wieder nach Winterfell geflogen. Ja. Und dann ist er einfach reingeplatzt, ohne dass ihn jemand aufhält. Ja klar, Bronn kann das, nee, ist logisch. Und dann hat er auch diese Armbrust dabei. Ist ja auch kein Problem, die mitzuschmuggeln. Und dann plötzlich, ja, dann wechselt er wieder die Seiten, weil wer mehr bezahlt, dem diene ich. Dann kommt der alte Halsabschneider wieder raus. Und ja, und eigentlich hat man doch gehofft, dass er plötzlich irgendwie in die Geschichte wieder eingreift, wenn man es am wenigsten erwartet. Sodass er dann noch so ein entscheidendes Ding, dass er dann, keine Ahnung, einen von den beiden Brüdern vielleicht tatsächlich noch umlegt und dass sich was tut. Und jetzt ist es einfach wieder so, ha, 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 ich hab mal wieder vorbeigeschaut. Wir haben ein paar lustige Sprüche gemacht. Und jetzt schauen wir mal weiter. Ja, das war für mich der Disneyland-Moment Nummer 4. Ich zähle das jetzt wirklich in der ganzen Folge auf. Ich habe so abgekottet. Wie viel hast du denn insgesamt? Ich dachte, Tyrion kriegt jetzt irgendwie einen Pfeil in die Stirn oder Jamie oder irgendjemand wird jetzt hier umgebracht und dann gibt es eine Schlacht oder er muss flüchten oder, keine Ahnung, oder sie prügeln sich oder es findet ein Handgemenge statt oder ein Kampf, irgendwas Spannendes und dann so eine Scheiße. Ich war sowas von enttäuscht. Aber Disneyland... Die war so unnötig wie ein Kropf, die Folge. Also, ich kann nur noch mal sagen, die Szene an sich mochte ich tatsächlich. Ja? Ja, aber sie hat nichts gebracht für die Handlung. Ja, sie hat nichts gebracht. Sie hat halt diesen eigentlich relativ spannenden Bronn-Plot so ein bisschen... Abgewürgt, glaube ich. Ja, so irgendwie... Auf Eis gelegt. Es ist so mit angezogener Handbremse. Das muss man schon sagen. Aber Disneyland ist es jetzt wirklich nicht. Also, Bronn hat ja auch einen Pfeil abgeschossen, um zu zeigen, dass er es durchaus ernst meint. Ja, und dann übrigens sehr schnell nachgeladen, was ich ein bisschen komisch fand, weil wenn man gesehen hat, wie lange Joffrey gebraucht hat, diese Armbrust neu zu spannen, da hat es ungefähr ein Drittel der Zeit gedauert. Ja, Joffrey ist nicht Bronn. Bronn ist ein... Ja, eine Armbrust... Aber erinnert euch an Jorin von der Nachtwache, der Jendry und Arya zur Nachtwache bringen sollte. Der hat doch gesagt, boah, ich hab immer Armbrüste, hab ich nie gemocht, brauchen einfach zu lang, um nachzuladen, und hat den dann schon abgestochen, wenn er nachgeladen hat. Also, naja, wollte ich nur mal anmerken. Ja, es ist ein Punkt, klar. Es ist so schade, weil ich... Ja, ich mochte die Szene. Okay, du mochtest die Szene. Ich nicht und Tilo nicht. Ja, wir mögen ja auch alle Bronn, aber diese Szene, nee. Okay. Das mit der Nase war auch nicht schlecht. Ja. Ja, wie gesagt, nette Sprüche und alles, aber es hat nichts gebracht. Das war einfach... Ja, das lasse ich gelten. Und weil Bronn irgendwo noch mal auftauchen musste, keine Ahnung, am Schluss, wahrscheinlich in der letzten Folge, sieht man ja noch mal kurz, wie er dann irgendwie auf Highgarden steht und sich freut, weil er jetzt Lord ist und das war's. Und direkt der Hound und Arya, das... Ja, ja, ich bitte doch. Das finde ich eine geile Szene. Ja, da habe ich mich so gefreut. Das war Game of Thrones wieder. Da habe ich nämlich schon eine Theorie. Ich glaube, Arya wird Euron töten, dann wird sie sein Gesicht anlegen und dann wird sie Cersei im Stillen töten. Und dann ist der Krieg zu Ende. Interessant. Ich glaube... Aber dann gibt Arya ja alle Lorbeeren. Das glaube ich, weil sie reitet direkt nach Königsmund und macht da bestimmt ihr Ding. Während alle anderen dann vor der Stadt irgendwie... Keine Ahnung. Arya wird bestimmt die... Für das alles. Ich glaube eher, dass Jaime seine Schwester töten wird und dass er zum zweiten Mal zum Königsmörder wird. Das glaube ich seit so vielen Jahren. Und das bahnt sich hier auch an. Ja, einer der Brüder soll sie angeblich töten. Eben, Wallonka. Viele sagen ja aber, es wird Tyrion sein. Nee, es wurde ja auch schon... Es gab sogar schon ein Foreshadowing in der ersten Folge der siebten Staffel. Da stehen sie auf dieser Karte und Cersei steht auf einer Region, die man das Genick nennt und Jaime steht auf den Fingern. Und das ist schon... Also von wegen die Finger... Also das ist eher prophezeit worden. Der kleine Bruder wird sie töten mit den Fingern um den Hals. Und Jaime ist der kleinerer Bruder. Er ist zwar ihr Zwillingsbruder, aber er ist ein paar Minuten später auf die Welt gekommen. Ja, sicher, sicher. Aber da können wir jetzt tatsächlich nichts Genaues weiß man nicht sagen. Ich fand es einfach nur schön, dass Arya wieder mit dem Hound unterwegs ist und sie sich gegenseitig dumme Sprüche an den Kopf werfen. Ja, sehr großartig. Fand ich einfach toll. Also die sind auch ein... Das ist, glaube ich, wirklich so mein Road-Couple Nummer 1 von Westeros. Ja. Also Jaime und Brienne sind auch großartig, aber Arya und der Hound, die schießen wirklich... Aber Arya und der Hound, da geht nichts rüber. Vor allem die ist dem so ähnlich geworden teilweise. Ja, und wie sie auch schlagfertig geworden ist ihm gegenüber. So, ja, wirst du mich nochmal da sterben zurück? Ja, sicher. Höchstwahrscheinlich. Vor allem wie er dann so stolz wie Bolle grinst, ne? Ja, genau so. Eigentlich schon, genau. Und du, ich hab dich auch ein bisschen gemacht, so hat er sich gedacht, ne? Nee, auf jeden Fall schöne Szene, aber gut, das war dann eigentlich jetzt schon alles, was das zur Handlung beigetragen hat. Ja, genau. Ich bin gespannt, ob da noch was kommen wird. Ob man vielleicht wieder sehen wird, wie die durch Westeros ziehen, aber ich glaube, da wird nicht viel kommen. Ja, zu Tyrion und Sansa, da hatten wir ja schon was gesagt. Sansa hatte das ja schon, da war jetzt auch nicht viel, glaube ich, in der Szene. Und dann, dann haben wir die Verabschiedung. Jon, Jon ist dann, oder der Spruch, ne? Wie Tormund dann meint, ja, fliegst du nicht auf deinem Drachen hier? Hier, nein, der ist ja so verletzt. Der, ich will den ein bisschen auskurieren lassen. Der, der Regal, Regal heißt er doch, nee, wie heißt der? Regal. Regal, genau. Regal, ja. Und das dachte ich mir auch so, ne? Später, als dann der Drache abgeschossen wurde, dachte ich mir, das hat er doch nur gesagt, damit sie den Drachen abschließen können. Mein Gott, er hätte doch auch mit Daenerys auf ihrem Drachen mitreiten können. Der hätte ja auch zwei Leute mittragen können. Also sowas von unlogisch wieder. Das ist wieder so ein Autorenwriting. Autorenwriting, damit er ein bisschen länger braucht, um nach Königsmund zu kommen und damit der Drache abgeschossen werden kann. Jetzt mal ernsthaft, oder? Was sagt ihr dazu? Ja, wobei er noch zu Daenerys gesagt hat, nach seinem ersten Ritt, oh, jetzt hast du für mich Pferde für immer langweilig gemacht, so ungefähr, ja. Ruiniert, ja, ja. Ja, obwohl Regal ist ja schon, also der ist ja gestürzt in der Schlacht, ne? Man sieht auch Löcher in den Flügeln. Man hat gesehen, dass die beiden, genau, die haben Löcher in den Flügeln. Ich glaube, war es nur einer oder beide? Also auf jeden Fall bei einem hat man das deutlich gesehen, dass da einiges war bei Regal. Ja, bei Regal. Regal ist der Grüne, glaube ich. Und der, da gab es dann auch eine Szene, wo Daenerys die irgendwie fliegen lässt und der kommt schon wirklich spürbar schwer in die Luft. Und also der ist auch da auf Drachenstein, wo sie ihn abschießen, ist er auch angeschlagen, durchaus. Das kommt schon durch. Aber einer der Gründe mehr, warum Daenerys ein bisschen mehr Zeit hätte lassen können, dass sie sich alle ein bisschen erholen, auch die Drachen. Ja, ja, eben. Ja, vielleicht ist das sogar da eigentlich ein Fehler gewesen, weil ihre Drachen sind halt auch völlig... Ja, die hat es ja gut mitgenommen. Also der ist halt wirklich richtig übergestürzt. Also die Kollegen letzte Woche haben im Podcast so gedacht, der wäre beiläufig gestorben. Habe ich ehrlich gesagt auch gedacht, kurzzeitig. Weil der es ja echt gut abgekommen hat. Aber gut, diese Szene, wo der abgeschossen wird... Die kommt noch nicht. Nein? Okay, was kommt da vor? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir sind. Ja, die mit John, wo sich... Ach, die Verabschiedung. ...Sam verabschiedet, genau. Die war echt schwierig, die Szene. Werden wir von Sam jemals wieder was sehen? Ich glaube schon. Aber nicht so viel. Wahrscheinlich bei irgendeiner Hochzeit oder so. Sam schreibt am Ende das Buch. Ja. Disneyland. Nummer 6 oder 7? Nummer 5. Du brauchst ein neues Wort. Das ist in der Moment Nummer 5. Sorry, muss ich jetzt mal sagen. Oh, ich bin schwanger. Was meint er? Oh, oh mein Gott. Du bist schwanger. Und Sam. Ja. Hm. Hm. Ach, die Nächte waren lang. Hm. Hm. Und wir werden ihn John nennen, wenn es ein Junge wird. Ich hoffe, es wird ein Mädchen. Ja, ja. Oh, da steckt aber auch was hinter, ne? Mit... Von wegen... Was denn? Dass er hofft, dass das ein Mädchen wird. Ja, das ist eigentlich ein Rückbezug auf die... Damit er der künft. Nein, 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 das ist ein Rückbezug auf eine der ersten Szenen überhaupt zwischen Sam und John, wo John ihm erzählt, warum er ein Schnee ist. Und ich kann mir das nur so erklären, dass er sich jetzt wünscht, dass das ein Mädchen wird, damit... Also allein schon, dass sie das Kind John nennen, das verknüpft er dann schon irgendwie mit seinem Schicksal. Und ja, weil das Kind wird ein Bastard sein, weil Goldie und Sam ja nicht verheiratet sind. Und deshalb wünscht er, dass es ein Mädchen ist. Ja, ja. Ne? Okay. Angenommen. Ja, die können ja noch heiraten, oder nicht? Ja, aber sie ist natürlich auch... So eine Wildlingsheirat. Ja, sie ist ja nicht mehr eine Bürgerliche, ne? Sie ist ja gar nichts eigentlich. Und dann der Geist. Der hat kein Ohr mehr. Abgebissenes Ohr. Ja. Hat Mike Tyson wahrscheinlich gebattelt. So. Was haben die Wölfe überhaupt noch zu sagen in dieser Serie? Ja, aber das war auch so... Ach, dann lassen wir den. Der war ja eh nie so close zu mir. Ja, dann kann er machen, was er will. Also, boring. Ich find das voll schade. Ich dachte mal, die Wölfe reißen irgendwas. Oder das Wolfsrudel kommt. Oder... Hä? Was haben die Schattenwölfe überhaupt zu bedeuten in der Serie? Gar nichts. Gar nichts. Ich dachte auch, Nymeria kommt beim Battle of Winterfell irgendwie nochmal dazu. Aber nix. Die hätten... Ja, die kann ja noch. Die kann ja noch kommen möglicherweise. Ja, das ist zu weit im Norden. Ja, Königsmund sind sie ja jetzt, Peter. Ja, aber das Wolfsrudel ist ja im Norden. Also, die Wölfe haben schon eine Bedeutung in der Serie. Ich muss allerdings sagen, dass ich die Szene auch echt schwach fand. Also, wenn man jetzt mal überlegt, es gab den Moment, wo John hier an Kastas Bergfried diese Deserteure da hinmeuchelt und dann wieder auf Ghost trifft. Und wie er sich dann freut, dass der da ist. Ja, die waren doch total close. Und Ghost hat alles getan, um ihn zu verteidigen. Und sogar seine Freunde wie Sam. Und jetzt plötzlich wird er so unter... Ja, mach doch, was du willst. Haben eh kein CGI-Budget mehr für dich. Kein CGI-Budget mehr. Ich hab mich bei der Szene auch wirklich gefragt, weil... Also, korrigiert mich, wenn ich falsch schiege, aber ich glaube, Ghost und John sind nie in einer Aufnahme zu sehen. Also, das wirkt regelrecht so, als wäre das irgendwie im Nachhinein zusammengeschnitten worden oder was auch immer. Also, sie haben ja auch, das hab ich ja auch im anderen Podcast schon gesagt, sie haben mit den Wölfen tatsächlich die mit Abstand größten Probleme, die zu animieren, weil das halt eben keine Fantasie-Viecher sind. Ah, okay, gut. Also, die Bewegungen kennen halt Leute. Und deshalb muss das so authentisch wie möglich sein. Also, weil... Ich mein ganz ehrlich, wer will die denn irgendwie anpissen, wenn sie jetzt... Weiß ich, die Drachen bewegen sich irgendwie komisch. Das sind Fantasie-Kreaturen. Da können die Animatoren sich Freiheit nur ohne Ende nehmen. Aber Wölfe, das ist halt einfach zu nah an... Ja, aber es war irgendwie auch so Lazy Writing so ein bisschen. Den schreiben wir jetzt ab, weil der nur stört. So ungefähr, kann ich schon sagen. Aber noch schlimmer fand ich den Abschied von Tormund. Keine Ahnung. Werden wir von dem jemals wieder was sehen? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Vor allem, das ist so komisch. Erst klopfen die ihm, er weiß wie, auf die Schulter da. Hey, du bist die geilste Sau jenseits der Mauer. Und dann, oh, ist hier nix für uns. Wir gehen doch wieder dahin, wo es superkalt ist und man kaum überleben kann. Ich mein gut, die interessieren sich nicht für den eisernen Thron. Das kann man ja schon irgendwie gelten lassen. Aber die haben so viel mit John durchgemacht. Und er hätte doch zu ihr sagen können, Mensch, steht mir noch mal bei in dieser letzten Schlacht. Ja. Und die werden ihm sofort gefolgt. Oder werdet ihr jetzt die Nachtwache, habt ihr ja schon mal gesagt. Jetzt sind wir wohl die Nachtwache. Ja, ja, ja. Das wäre es doch gewesen. Das fand ich eh so radios. Und zwar nicht, dass ihr gegen Wildlinge kämpft, sondern eben gegen sowas wie weiße Wanderer, wenn nochmal sowas vorkommen soll. Und dieser Moment, wo Tom und das sagt in der siebten Staffel, sieht aus, als wären wir jetzt die Nachtwache. Der war schön, gell? Das war eine schöne Szene. Hat mir auch sehr gefallen. Jo. Jo. Also Varys und Tyrion unterhalten sich jetzt über das Geheimnis, was sie erfahren haben von Sansa, dass Jon und Daenerys ja verwandt sind. Und jetzt werden endlich mal die Dinge ausgesprochen, über die wir Fans schon die ganze Zeit reden. Also die Situation, dass Jon halt anders aufgewachsen ist und dass die Targaryen von den Geschwistern her ja eh verheiratet worden sind, dass Daenerys damit kein Problem hätte. Und Varys spricht direkt aus, ja, was denkst du, sie ist seine Tante. Und Tyrion, nee, Tyrion hat das, glaube ich, gesagt, oder Varys, keine Ahnung, wer jetzt was gesagt hat. Varys hat's gesagt. Ja, auf jeden Fall hatten sie beide sich unterhalten, dass halt die Targaryen damit kein Problem hätten, aber eben die Starks, beziehungsweise nach der Erziehung von Jon wäre das durchaus ein Problem. Und dass es da Zwist gibt. Und jetzt ist die Frage, wer ist der geeignete König, beziehungsweise die Königin? Und Varys ist ja, deshalb feiere ich Varys ja so, ne? Er ist ja auf der Seite des Volkes, des Reiches, also sagen wir mal des Reiches. Genau. Und er will das Beste für das Reich. Und das hat er schon von Anfang an seit Staffel 1 gesagt. Und ich wusste immer nicht so genau, ob Varys ein doppeltes Spiel spielt oder ob er die Wahrheit gesagt hat. Aber mittlerweile denke ich, dass er da immer noch dazu steht und dass er, glaube ich, der ehrlichste Mensch überhaupt von diesen ganzen Leuten ist. Und er ist immer für das Reich, immer dem Reich gedient. Und er überredet, also er erzählt dann Tyrion seine Gedanken und Tyrion muss ihm dann aber auch zustimmen, dass Daenerys, weil Tyrion fürchtet ja Daenerys, so wie Sansa das ja auch vorhin in einer Szene auch gemeint hat, du fürchtest dich vor Daenerys, hat sie ja zu ihm gesagt. Weil Tyrion ganz genau weiß, dass sie eine grausame Herrscherin sein könnte. Ja und sie machen sich, also Varys redet ja schon dann wirklich sogar von ihrem Geisteszustand. Ja. Und Tyrion meint dann ja, um ihren Geisteszustand sich zu kümmern, das ist unsere Aufgabe als ihre Berater. Aber Tyrion redet sich das auch wirklich irgendwie schön, weil er keine Alternative sieht außer Daenerys und Varys hat jetzt schon irgendwie, also man muss ganz ehrlich sagen, Varys wirkt so, als wollte er einen Putsch anzetteln wirklich schon. In einer späteren Szene auch nochmal und da heißt es dann ja auch, ja natürlich, also Tyrion gibt dann auch zu, dass er auch schon darüber nachgedacht hat, Daenerys abzuschwören, aber ja gut, der Gedanke ist ja kein Verrat. Aber, und, aber das ist auch wieder, also in, wenn man sich erinnert, im Finale von Staffel sieben gab es eine ähnliche Szene. Und auch nachdem sie die Talys verbrannt hatte, gab es auch so eine. Und Varys hat ja tatsächlich gesagt, pass mal auf, ihr habt mir doch gesagt, wenn ich einmal der Meinung bin, ihr habt Unrecht, soll ich euch in die Augen schauen und das sagen. Und das hat er dann gemacht, hat aber nichts gebracht. Ja. Ich glaube, da war für ihn dann auch so der Strich, wo er gemeint hat, okay, mit der ist nicht mehr vernünftig zu reden. Für ihn war schon der Strich, als sie gesagt hat, wenn ihr mich jemals hinter geht, dann verbrenne ich euch bei lebendigem Leibe. Und er, man muss bedenken, er hat unter ihrem Vater gedient. Er kennt das. Er hat gesehen, wie der wirklich etliche Hände oder Leute, die ihm nicht passten, im Thronsaal verbrannt hat. Naja. Und er spricht dann auch davon, also kann ich nur noch mal sagen, habe ich ja vorhin schon gesagt, als Daenerys von Bestimmung spricht. Ne? Mhm. Und das ist Varys auch wieder sauer aufgestoßen. Also ich finde es eh grandios, dass Varys jetzt endlich mal wieder zum Tragen kommt. Ich meine, Thilo, also ich kann deine Kritik verstehen. Auf der anderen Seite fand ich einen Moment von Varys sehr stark in der letzten Folge, der eigentlich ohne Worte war. Nämlich, wo Therion ihm wirklich in die Augen blickt. Und man sieht wirklich bei Varys diese, diese Angst und diese Hilflosigkeit, dass er wirklich nichts tun kann in diesem Moment. Und Therion wird dann auch gewahr, dass solche wie Varys eigentlich diejenigen sind, die sie da schützen. Mhm. Dass es eigentlich diejenigen sind, für die sie da kämpfen, für diejenigen, die sich nicht verteidigen können. Ja, also wenn man sich einfach auch mal ansieht, wie Varys sich immer verhalten hat, je nachdem, wer auf dem Thron gerade saß. Aber das war ja immer wirklich sehr souverän und wirklich immer nur im besten Interesse des Volkes oder der gemeinen Leute, wo er herkommt. Er ist ja eine ganz arme Sau gewesen, hat er erzählt, bis er dann kastriert wurde von diesem Zauberer, von dem man leider auch nichts mehr gesehen oder gehört hat, komischerweise. Der in der Kiste noch steckt. Oder hat er den nicht mitgenommen wahrscheinlich, als er geflohen ist. Naja, okay, aber nee, deswegen war Varys immer, ja, der Einzige, der, ja, zwar so ein bisschen ebenbürtig wie Littlefinger war, aber Littlefinger halt nur an sich gedacht hat und Varys eben nicht, sondern eben an die Menschen und ans Volk und das Realm. Deshalb ist es so wahnsinnig schade, dass es halt, also ich finde es immer noch ärgerlich, dass Varys sich überhaupt nicht wundert, wo Littlefinger abgeblieben ist, dass da nicht drüber geredet wird. Aber der weiß das doch, oder nicht? Das ist doch. Da war keine Rede von gut, er kann das natürlich nicht sagen. Nee, aber das werden sie wohl schon gesteckt haben, weil das war ja eine ganze Öffentlichkeit. Was so interessiert sind, jetzt ist er weg und gut ist. Also was will er da jetzt noch kurz nachdenken? Ja, das weiß ja jeder, hat jeder darüber bestimmt gesprochen. Ja, aber Littlefinger ist wirklich so sein Erzfeind gewesen. Ja, und jetzt ist er weg und er ist am Leben. Also die ganze Serie ist ja eigentlich, eben wollte ich mal gelesen, wenn man es auf eine ganz einfache Ebene runterbricht, dann ist eigentlich die ganze Serie oder diese ganzen Konflikte sind eigentlich der Wettstreit zwischen Varys und Littlefinger. Ja, weil die beide für gegensätzliche Ideologien stehen. Richtig, aber gleich intelligent war. Deswegen fand ich es ja auch schade, dass Littlefinger so abgegangen ist, aber jetzt ist es halt passiert, jetzt müssen wir damit umgehen. Ich habe eine Frage an euch beiden, wenn wir jetzt gerade bei Varys und Tyrion sind, wen würdet ihr dann auf dem Thron sitzen sehen wollen? Jon oder Daenerys? Gar keinen. Ich will den Thron nicht. Ich glaube auch. Mit Demokratie willst du dann. Ja. Wenn ihr die Prophezeiung oder die Vision seht, als Bran das erste Mal den Baum da angefasst hat, wo man den eisernen Thron unbesetzt im Schnee sieht, ich glaube, das wird wahrscheinlich eher das sein, was passiert. Ja, höchstwahrscheinlich. Und das ist, also bitte über Varys deutet sich auch wieder Demokratie an. Vielleicht das erste Mal. Tyrion auch. Ja, nee, nicht das erste Mal. Tyrion hat es gegenüber Daenerys. Nee, stimmt, die Eisenmänner wählen ja auch. Genau. Das bedeutet dann aber, dass Daenerys und Jon mindestens beide sterben. Ich glaube, dass Jon den Thron zerstören wird. Und ich glaube, dass Jon, ich weiß nicht, ob ich das hier schon im Podcast gesagt habe, weil ich das schon etliche Male Leuten geschrieben habe, ich glaube, dass Jon deswegen Aegon heißt in der Serie. Weil Aegon, der Eroberer, hat den Thron errichtet und Jon ist der Aegon, der ihn zerstört. Das wäre, das wäre der perfekte Zirkelschluss eigentlich und es wäre typisch George R. Martin. Dann schließt sich der Kreis. Das wäre dann ein typisches Disneyland Abschluss. Nein. Doch, weil das eine Demokratie ihm würde, der Thron würde zerstört. Nein. Das wäre ein Happy End. Ich glaube nicht, dass George R. Martin ein Happy End schreibt. Nee, hat er selber gesagt. Wieso ist das ein Happy End? Das ist doch kein Happy End. Wie hat er, hat er selber, was hat er selber gesagt? Er spricht von einem bittersüßen Ende. Ein Happy End wären Jon und Daenerys auf dem Thron. Und ganz ehrlich, wer kann das wohl? Warte mal, bittersüß hat er gesagt. Bittersüß, ja. Das heißt, Daenerys wird wahrscheinlich sterben. Ja, Daenerys wird sterben und Jon, keine Ahnung, wird dann irgendwie abdanken oder was auch immer. Oder geht zurück zur Mauer. Genau, aber, ja, oder in den Norden einfach. Und die bauen eine ganz frühe Form der Demokratie auf. Das ist immer noch meine These. Das ist immer noch meine These. Und ich glaube auch, dass das eintreffen wird, weil, wenn man mal so guckt, die ganzen Schauspieler sprechen davon, dass viele Leute enttäuscht sein werden von dem Ende. Und das, ja, das werden halt viele langweilig finden, von wegen Demokratie. Weil, äh, aber das ist doch eigentlich die Ironie. Ich meine, es gibt etliche Jahre gibt es den Wettstreit um den Thron und dann sitzt am Ende keiner mehr drauf, weil es keinen Thron mehr gibt. Hm. Das wäre ein konsequentes Ende für mich. Schauen wir mal. Okay, gut, machen wir weiter. Machen wir weiter. Okay, nächste Szene, ähm, Daenerys sitzt auf ihrem Drachen, reitet auf ihrem Drachen und sieht liebevoll zu ihrem zweiten Kind hinab und lächelt. Disneyland-Moment Nummer 6. Aber nur ganz kurz. Dann habe ich... Der direkt gebrochen wird. Ja, sorry, dann habe ich gejubelt, weil die ganze Folge war für mich sowas von kitschig und verweichlicht. Und jetzt, jetzt, jetzt regnet es Blut, ja, das war toll. Sorry, ich liebe diese Drachen, ich liebe diese Drachen abgöttisch. Aber, da ich Daenerys jetzt nicht mehr mag und diese ganze Folge richtig scheiße fand, bis jetzt, und der Drache jetzt angegriffen wurde und Blut gespritzt hatte und der Drache am Röcheln und Röcheln war, 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 ja, also ihr wisst schon, was ich meine. Das war ein echt ekelhaftes Geräusch, ne? Ja, aber er hatte ja auch Blut in der Lunge, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er dann ins Wasser gestürzt und sorry, ich musste dann so ein bisschen jubeln, weil ich dann dachte so, boah, jetzt nimmt die Folge mal ein bisschen Fahrt auf hier. Ja, ich fand's so vom Storytelling her, fand ich's auch super, weil eben auch das so ein bisschen zurück hat blicken lassen auf die Entscheidung von Danny, dass man da sofort nach Königsmund muss und nicht die Drachen mal ausruhen lässt und so. Und das halt ein bisschen zurückfällt auf sie. Nur so von der Kriegsführung war's mal wieder genau das, was mir letzte Folge nicht gefallen hat. Das war einfach total dämlich. Weil, hallo, du kannst fliegen, siehst du nicht eine flotte Schiffe von irgendwo? Und ich meine, die haben gut diese Skorpione... Hat sie nicht gesehen, sie hat ja verliebt zu ihrem Kind geguckt. Da hättest du ja mal vorher Luftaufklärung treiben müssen, so wie jeder Feldherr, der's gescheit macht, ja. Und dann kommen dann diese Schiffe mit diesen Skorpione, das sind keine 88er-Flax, das sind große Armbrüste, die einmal schießen können, verdammt lang zum Nachladen brauchen. Und bis du da mal was triffst, Entschuldigung, das hat man beim Hobbit schon gesehen, dass das eigentlich fast unmöglich ist. Irgendwann, die hatten aber mehrere, die hatten auf jedem Schiff eins. Und ich glaube, die hatten acht bis zehn Stück oder so. Und die haben sie nacheinander dann abgeschossen. Trotzdem ist die Chance unglaublich gering, da irgendwas zu treffen. Deshalb sah das so aus, als ob die nachgeladen hätten. Das waren aber verschiedene. Ja, auch wenn sie, keine Ahnung, 20 gehabt hätten. Entschuldigung, die Chance, da jemanden zu treffen, ist halt gleich bei null. Und dass sie die Flotte nicht entdeckt hat, ist auch völlig Banane. Ja, die versteckte sich irgendwie hinter einem Felsen. Also gut, man kann natürlich, das ist schon ein bisschen Hanebüchen. Ich meine, das waren irgendwie um die zehn oder zwölf Schiffe. Ich meine, wenn es jetzt nur Euron alleine gewesen wäre, ich meine, man hat ja gesehen in der siebten Staffel, wie der sich mit seinem Schiff Silence, was ja nicht umsonst so heißt unter anderem, irgendwie an Gegner heranpirscht. Also das hätte ich nur durchgewunken, aber das war schon ziemlich dämlich. Und wie sie dann auch mit den Pfeilen, die die Schiffe da zersetzen, das war auch ein bisschen over the top. Das sah aber ziemlich cool aus, muss ich sagen. Doch, das war toll, das war Game of Thrones für mich. Um sich herum das Schiff auseinandergenommen wird, das fand ich schon. Und das ist noch einigermaßen, was passieren könnte, weil diese fetten Pfeile tatsächlich so ein Schiff ziemlich auseinander rupfen könnten wahrscheinlich. Also das hat mir gefallen, aber naja, schwamm drüber, der Rest ist mal wieder so. Es ist auch allen schon wieder, wie sie da so schnell hingekommen sind wieder, ne? Ja, ich meine, die erste Staffel, die allererste Staffel hat nur davon gehandelt, wie die von Winterfell nach Königsmund reisen. Und jetzt im Blink of an Eye sind sie plötzlich dann da. Ja, ich kann es mittlerweile eigentlich irgendwie, also gut, man kann es kritisieren. Aber man sieht schon bei Cersei, dass schon viel Zeit vergangen ist, weil sie hat schon einen kleinen Babybauch. Ja, okay. Ja, ich habe den Babybauch schon ein bisschen gewählt. Ja, trägt immer schwarz, das sieht man da so schlecht. Ja, jetzt trägt sie ja rot inzwischen. Umstandskleidung. Gut, sind wir schon bei dem Tod von Missandei oder kommt da vorne noch was? Nee, wir kommen jetzt zu Cersei, also die stranden ja irgendwie, was ich nicht verstanden habe, wie Missandei so schnell von diesem Strand wegkommt und gefangen wird von Cersei. Ja, genau. Das habe ich nicht verstanden, vielleicht wurde sie als Erste angespült. Wurde weggebeamt, ja. Ich weiß das nicht. Nein, nee, sie wurde doch ermahnt von Grauer Wurm, sich in so ein Beiboot zu verziehen. Ach so, Beiboot, ach so. Ja. Ich dachte, sie sollte nur unter Deck gehen oder so. Nee, 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 die sollte ins Beiboot gehen, aber da fragt man sich oft, wohin ist sie denn eben gerudert? Ja, also Euron. Ja, das war auch sowas, was ich absolut nicht, also was, naja, nicht viel Sinn macht. Geschenk. Verstehe. Ja, egal, okay, das habe ich nicht verstanden, das war mir unlogisch. Aber es ist, es ist wieder so, man muss sagen, es ist schon der schwächste Punkt der Folge, weil da merkt man halt wirklich richtig die Straffungen. Das muss alles schnell peu a peu gehen und es war so ein bisschen, also das ist schon ein sehr schwacher Moment auch hier, das muss ich ganz kurz einwerfen, da haben wir uns sehr drüber aufgeregt, ist dann, dass es diesen Moment gibt, wo Tyrion ins Wasser springt und dann irgendwie, also von dem Schiff, das zerstört wird und dann irgendwie so ein Balken auf ihn rauffällt und dann Schwarzbild ist. Was sollte das denn? Am Strand aufwachen, aber das ist ja, das ist ja nichts Neues. Ne, aber Schwarzbild, das hat es noch nie gegeben in der Serie, das war wirklich wieder so ein künstlicher Spannungsmoment und Schwarzbild, ohne Scheiß, nochmal, das hat es noch nie gegeben, Schwarzbild, das benutzt ein Cutter, wenn er nicht weiß, wie er aus der Szene rauskommen soll. Aber Moment, als der damals von dem, von den Wildlingen, mit denen er kämpfen wollte, bei Schnellwasser in den Hammer gelaufen ist, da hat er, gab es da nicht auch Schwarzbild? Ja, gut, aber da wird er. Da ist er auch wieder aufgewacht, so, das passiert auch, Schlacht ist zu Ende. Ja, gut, ja, gut, aber ich weiß nicht, also hier, hier fand ich es total, also Stu meinte sogar wirklich gestern, also Stu von Movie Break, dass sie das da irgendwie reingeschnitten hätten für Sender, die das mit Werbung zeigen. Ja, das ist ja das typische Mittel, Cliffhanger, ja, deswegen fand ich, finde ich es auch, gehört es nicht in Game of Thrones rein, so ein Stilmittel, weil das absolut so albern ist, also das ist Schema F, das ist so, hat man Fernsehen in den 90ern, in den frühen, vielleicht gemacht, aber nicht bei Game of Thrones, fand ich jetzt auch schwach. Genau, wollen wir zur nächsten Szene, zu Cersei? Ja. Komm, wie sie jetzt gerade ihr ganzes Volk jetzt in die Burg reinholt und das so aussehen lässt beim Volk, dass das ja Schutz ist für das Volk und dass das Volk dann dankbar sein soll und so weiter. Dabei soll das, ähm, dabei soll das Volk sie selbst schützen, indem sie davon ausgeht, dass ihre Gegner natürlich dann, ähm, nicht alles in Schutt und Asche legen. Die nicht alle abverkennen, ja. Damit sie das Volk nicht verbreiten, was Daenerys natürlich anders sieht, aber dazu kommen wir später nochmal. Ähm, was, was ich ganz wichtig, was ich ganz wichtig noch erwähnen wollte, in dieser Szene, ähm, erfährt Euron, dass sie schwanger ist. Ja. Ne, ich hatte ja gesagt, ähm, in der, in der, in der vorletzten Folge, dass sie ja einen legitimen Vater braucht für ihr Baby, was sie ja schon hat. Und das, das Witzige dabei ist jetzt, Euron erfährt es jetzt, dass sie schwanger ist. Wenn später aber Tyrion, ich muss mal ganz kurz springen, wenn später Tyrion vor der Mauer steht und von dem Kind erzählt. Ja. Dann wird ja wohl Euron wahrscheinlich eins und eins zusammenzählen, weil Cersei schon so komisch geguckt hat, oh scheiße, er redet jetzt von ihrem Kind, weil sie wird sich ja auch denken, Euron wird eins und eins zusammenzählen. Woher soll denn Tyrion wissen, dass sie schwanger ist? Ja. Euron hat das erst vorhin erfahren, Tyrion wusste das aber schon vorher. Wann war Tyrion zuletzt, ähm, in Königsmund oder, oder wo die da sich getroffen hatten? Am Ende von Staffel 7. Da gibt es diese Begegnung im Turm der Hand mit ihr. Ja, als sie ihn nochmal ziehen lässt. Genau, das war die letzte Begegnung, da wird Euron später eins und eins zusammenziehen. Ich glaube, er wird ihr noch eine Szene machen später, also in der nächsten Folge. Bleibt zu hoffen. Er wird sie darauf sicherlich ansprechen. Ja, ich hätte, ich hätte auch gern irgendwie einen Reaction-Shot da tatsächlich gern von ihm gesehen. Ja, man hat Euron nicht gesehen, man hat seinen Blick nicht gesehen, nicht gesehen, wie er da reagiert hat. Das haben sie, glaube ich, absichtlich gemacht. Aber ich frage mich bei Euron noch was anderes. Schert er sich eigentlich gar nicht darum, dass Ascha, weil das erwähnt ja, war es in diesem Kriegsrat. Ascha hat anscheinend die Eiseninseln zurückerobert und damit hat Euron jetzt eigentlich keine Truppen mehr, zumindest auf den Eiseninseln. Ich meine, die Eiseninseln selber sind ihm egal. Das hat man schon oft gehört. Aber da sind immer noch seine Truppen, die jetzt geschlagen sind. Und diejenigen, die übrig sind, werden jetzt zu Ascha überlaufen und damit zu Daenerys. Nee, seine Truppen sind doch jetzt da in Königsmund plus... Die sind immer noch da, genau. Plus die Armee. Aber er hat jetzt kein Rückzugsgebiet mehr und er kann nicht mehr auf seinen Thron zurück. Ja, eben. Sagen wir es mal so. Weil er ist ja der König der Eiseninseln. Genau. Aber er hat ja seine Armee noch. Wenn die übrig bleibt, wenn die überleben, kann er ja immer noch zurück, noch zurückerobern. Du kannst probieren. Ja, aber es ist ja Ascha, Ascha kann etliche seiner Leute, die auf den... Also auf den Eiseninseln wird ja eine Besatzung gewesen sein. Also es hätte Ascha die ja nicht zurückerobert. Und die laufen jetzt wieder über eigentlich dann zu Ascha und damit zu Daenerys. Also dass ihn das überhaupt nicht interessiert, das wundert mich. Dass da wirklich nicht drüber gesprochen wird. Ja, wir sind ja jetzt... Ja, erstmal die eine Schlacht schlagen und dann die nächste Schlacht. Ja, die eigentliche Szene. Ja, was wollte ich... Ja, die Babyszene. Was war noch bei Cersei? Muss gerade eben kurz... Da kam nicht viel. Da kam dann das nächste Schlacht von Tyrion, glaube ich, der mit ihr dann sprechen wollte. Ja, und so zuerst mit Qyburn. Das war aber so. Ja, und dann hat er gemerkt, okay, mit dem komme ich nicht weiter. Der hat auch nichts zu sagen. Jetzt gehe ich mal an dem vorbei. Das fand ich ziemlich cool, wie er das gemacht hat. Allerdings dann war ich arg enttäuschter Tyrion, als er wirklich so schwache Sprüche an Cersei richtet. Ach, du bist ja kein Monster. Und dann habe ich mir gedacht so, jetzt sag aber noch was richtig Cooles. Und dann sagt er gar nichts mehr. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, also so schaffst du es dreimal nicht, Cersei zu überzeugen. Also gut, er hat da ihre Achillesferse angegriffen, wie auch schon in Staffel 7 am Ende von diesem Gespräch, von dem wir gerade eben gesprochen haben. Aber da habe ich mich auch gewundert. Was, mit den Kindern oder was? Ja, ja, genau, genau. Aber als sie gesagt hat, dass Tommen verbrannt werden soll, da hat sie mit ihren Kindern abgeschlossen in dem Moment. Da war ihr das alles so. Ja, also du siehst ja schon eine Reaktion bei ihr. Und du siehst auch, also Lena Headay spielt das auch ganz großartig, diese Verletzlichkeit innerhalb dieser eigentlich total verachtenswerten Rolle. Also man muss sagen, in den Büchern ist ja Cersei noch viel mehr auf Mad Queen gemünzt. In der Serie, und das liegt wahrscheinlich auch an Lena Headay, bekommt sie dadurch immer noch eine Ebene der Menschlichkeit. Und auf die geht Tyrion ja ein. Aber was mich halt störte in der siebten Staffel. Aber er dringt nicht durch. Ja, was mich. Er schafft es nicht, ist zu schwach. Ja, ne, er dringt ja anscheinend schon durch und das verstehe ich nicht, weil sie hätte ihn am Ende der siebten Staffel, hätte sie ihn vom Berg töten lassen können. Und hier hätte sie ihn auch wieder töten lassen können. Das ist reine Fanservice-Gnade. Es tut mir leid. Das fand ich auch so scheiße, weil sie beide Brüder vom Berg hätte töten lassen können. Sie hätte erst Tyrion gehen lassen, dann Jaime. Und dann schickt sie aber Ron los, um die umzubringen. Genau, genau. Nerv. Das ist, äh, ne, also, das... Nicht konsequent. Ich hatte die ganze Zeit ein Bild vor den Augen, dass sie sich selbst den Bogen neben sich schnappt und den direkt Tyrion zwischen die Augen schießt. So, da dachte ich mir so, das wäre jetzt eine coole Sache, ein cooles Ende, oder? Das macht sie nicht. Ja, leider. Da ist sie nicht der Typ für. Ja, Tyrion ist immer noch Fanliebling. Aber ich hätte es auch cool gefunden, wenn sie Tyrion am Schluss noch mit Pfeilen hätte spicken lassen. Da hätte ich wieder gesagt, wow, what the fuck, das ist eine krasse Serie. Ja, aber ist halt ein Fanliebling, das würden sie den Fans nie verzeihen, deswegen machen sie es nicht. Es ist, es ist schade irgendwie, also es war schon in Staffel 7, man muss sagen, es kommen jetzt wirklich die Schwächen von Staffel 7, kommen jetzt hier richtig zum Tragen. Gehen jetzt auf, ja, die Saat geht jetzt auf. Ja. Und ja, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, ich will noch was zu Missandeis Tod sagen. Und zwar, ja, selber schuld, sag ich nur, weil es ist doch völlig klar, wenn zwei, äh, zwei sich Liebende darüber unterhalten, was sie nach der großen Schlacht machen und zwar auch noch an den Strand und hahaha, ist doch ganz klar, dass da einer von denen mindestens über die Klinge springen muss. Das ist ja genauso wie bei diesen Cop-Movies, wo der eine alternde Cop sagt, boah, nach meiner Pension, der wird mir ein Boot kaufen, haha, da weißt du ganz genau, der ist schon so gut wie tot, ja. Und genau so war das diesmal und das war halt so obvious und so vorhersehbar, dass es mir um Missandei so gern ich sie gemacht, gemocht habe, aber nicht mehr leid hat. Nuff said, Mic drop. Aber ich muss aber auch noch was dazu sagen, zu der Szene von Jamie und Brienne, wo Brienne so geweint hat. Mhm, wo er davon reitet. Ja, die, die ist schon wichtig. Das fand ich unnötig, das war wieder so ein, äh, ein Disneyland-Drama-Moment Nummer sieben oder acht, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Auf jeden Fall fand ich das total unpassend, ähm, ich, ich verstehe nicht, also was Jamie gesagt hat, das stimmt ja eigentlich, dass er eigentlich ein schlechter Mensch ist, aber warum sagt er das jetzt so, warum geht er jetzt so, warum muss er das jetzt so sagen und was hat er denn jetzt vor? Weil es erst, dass er stoppen will. Ja, aber warum ist er dann so fies zu Brienne, warum muss er dann jetzt so fies sein? Ich hab keinen Moment geglaubt, dass er jetzt zu Cersei will, weil er mit ihr jetzt wieder Seite an Seite kämpfen soll, er will hin, um sie aufzuhalten. Ja, natürlich. Seh ich auch so. Ja, aber warum lügt er sie denn an? Und warum, also ich glaub, Brienne ist nur wahrscheinlich damit, äh, dass sie sich nicht so scheiße fühlt, was natürlich überhaupt nicht klappt. Oder sie wär vielleicht mitgekommen. Oder aber dass sie ihm nacheilt, ja, genau. Ja, oder. Er will sie da raushalten. Er will sie da raushalten. Ich glaub auch. Und man darf auch nicht vergessen, dieser Antrieb, äh, weil man muss ja sagen, er fühlt sich ja dann immer jetzt auch so im Nachhinein, er hat ja auch gesagt, er hasst den Norden und, ja, die Schlacht ist geschlagen und er fühlt sich da irgendwie deplatziert und, ich mein, gut, die Macher rufen einem ja dann jetzt auch nochmal ins Gedächtnis, was er halt so auf dem Kerbholz hat. Also, auch, dass er seinen eigenen Vetter getötet hat, um bei Cersei sein zu können und sowas. Ja, die Leute in Winterfell haben ja auch ausgespuckt, wenn sie ihn gesehen haben, ne, wo Tyrion meint, und das Volk jubiliert. Genau. Weil die Lannisters sind nicht gut angesehen im Norden. Immer noch. Also, ich, ich fand's soweit eigentlich konsequent, weil er fasst ja eigentlich den Entschluss, als in Winterfell die Nachricht eintrifft, dass, äh, ja, das Regal gefallen ist und dass Euron die überfallen hat. Und da, äh, fasst Jamie eigentlich den Entschluss nach, nach Hing's Landing zu ziehen. Und ich bin, ich, ich, ich sage es euch, er wird sie töten. Er wird sie töten, eventuell, wenn die beide sogar sterben. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja, die Theorie, die hab ich so lange, wirklich, also. Joa, das, also, für mich ist, für diese Folge alles gesagt. Ja, bei mir jetzt auch. Also, ich fand sie nicht so toll. Mic drop. Habt ihr noch was zu sagen zu einer Szene oder zu einer Folge? Oder wollen wir zum Fazit kommen, dann? Ich fand sie besser als die letzte. Ich würde sagen, wir, ja, wir kommen zum Fazit. Okay, ähm, ja, Dominik, dann fang mal an. Ach Gott, ich der Einzige, der die Folge irgendwie doch ganz okay fand. Also, ich fand sie, ähm, okay. Nö, stimmt nicht. Ähm, also ich fand die Folge, sie, sie ist irgendwie zweigeteilt, weil die erste Hälfte ist richtig stark. Und dann gibt's irgendwann diesen Bruch, wo, also, weil die, die erste Hälfte ist ja eigentlich auch relativ breit und, und ruhig erzählt. Und dann muss irgendwie alles sehr, 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 sehr schnell gehen. Und das, das ist so ein bisschen so ein, so ein Zwiespalt. Die, die erste Hälfte ist eigentlich so die, die, die starke Seite der achten Staffel. Und in der zweiten Hälfte hat man die Dramaturgie aus Staffel sieben. Und all deren Probleme. Ich komm aber eigentlich insgesamt, also mit vielen Szenen, mit denen du jetzt nicht so klar gekommen bist, Pia, hab ich jetzt eigentlich nicht so das große Problem. Ähm, ich fand die Folge, ja, so im Nachgang fand ich sie doch dann echt ein bisschen schwierig, so. Rein dramaturgisch wirkt halt vieles wieder übers Knie gebrochen, wie man's halt auch Staffel sieben kennt. Und ich fand sie aber trotzdem, also, ich vergebe eine ganz krumme Wertung und zwar 6,5 von 10, schlag mich jetzt ruhig. Äh, von 10? Nee, müsste schon von 5 irgendwas geben, ja. Wir haben über 5-Punkte-Bewertungen gemacht. Ja, dann halt, ich kann jetzt halt die, ja, gut, da schreib ich. 3,75. 3, äh, ja genau, 7,5. Sehr gut. 3,75 von 5. Mir hat sie tatsächlich besser gefallen als die letzte, wobei die ja schwer zu vergleichen sind, aber es war halt diesmal nicht mehr Herr der Ringe, sondern es war mehr Game of Thrones, was mir wieder gefallen hat. Paar sehr schöne Szenen, eben auch diese Trauerfeier oder Leichenschmausen, wie man's nennen mag. Ähm, dann am Schluss, ja, ging's da wieder ein bisschen in die falsche Richtung, auch mit diesen Zeitbeschleunigungs-Fast-Travel-Geschichten, die mir immer so ein bisschen aufstoßen, aber nichtsdestotrotz war's für mich eher wieder Game of Thrones, wie ich es liebe und deswegen geb ich dem eine solide 4 von 5. Wow, damit hab ich jetzt nicht gerechnet, tatsächlich. Na, nächstes Mal. Ich bin eh wie Game of Thrones völlig unberechenbar. So, jetzt, jetzt, jetzt kommt der Pia-Disney-Rant. Haltet euch fest. Bitteschön. Ja, also ich hab ja, ich glaub, die letzten, ich glaub, die ersten beiden Folgen hab ich 3 und 3,5 und 5 gegeben. Ähm, die, ähm, bei der dritten Folge war ich nicht dabei beim Podcast. Die würde ich 4 von 5 geben, nochmal kurz, äh, das noch mit einzuwerfen. Ich hab echt geweint zum Schluss, also bei der dritten Folge, ja, wo es die Schlacht gab. Ich hab zum Schluss geweint, weil das so eine Spannung war. Und ich hab gelacht und geweint gleichzeitig. Also gelacht und geweint gleichzeitig, weil ich das so geil fand von Aria, was die da, äh, gerissen hat. Also 4 von 5. Und bei der jetzigen Folge, sorry, ich habe, also ich fand die sowas von bescheuert, bis auf die letztere zweite, also die letzten 20, 25 Minuten. Die waren noch okay. Also deshalb 2 von 5 Punkten, weil, ja. Wow. Ja. Wow. Das ist... Na gut, aber... Vor allem die erste Hälfte war doch wirklich gut. Also... Das ist zu viel Disneyland. Ja, also ich hab auch mit einer Kollegin, also es gibt 3 Personen in meiner Firma, da wo ich arbeite, die gucken die Serie. Und, ähm, eine Kollegin ist auch mega, was heißt auch, also sie ist mega enttäuscht von der Staffel 8. Und ich bin jetzt von der vierten Folge mega enttäuscht. Naja, haben wir... Das ist einfach, das Game of Thrones-Feeling ist gerade irgendwie gar nicht da. Ich hoffe, das steigert sich jetzt wieder in den nächsten... Das ist aber auch so ein Paradox, ne? Weil Thilo sieht das alte Game of Thrones wieder. Und du hast, und du hast Disneyland-Vibes. Das ist sehr interessant. Ja. Aber gut, haben wir jetzt endlich mal... Wir haben ja zum Glück Meinungspluralismus, ne? Ja, genau. Ja, ich find das interessant, dass man so verschiedene Meinungen dazu, ne, im Podcast dann auch hört, ja. Aber was man noch zu Meinungen sagen kann, das will ich noch eben ergänzen. Das hatte ich ja am Anfang gesagt, äh, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Also, ne, ihr habt ja nicht in die IMDb geguckt. Also, für viele ist das ja die schlechteste Folge ever. Das Problem ist allerdings, dass die schon bewertet wurde, als sie überhaupt rauskam. Und die ganzen Fanboys, die ja letzte Woche enttäuscht waren von wegen, ja, das kann's jetzt nicht gewesen sein mit dem Night King, die haben jetzt da ihren Frust abgelassen. Aha, okay. Ne, ne, und deshalb ist, wird die total in den Dreck gezogen, die Folge, was ich echt daneben finde. Also, meinst du die aktuelles Folge? Ja, ja, eben. Also, das hat schon so einen richtigen Star Wars Last Jedi-Effekt, kann man wirklich schon sagen. Also, ich hab noch keine Bewertung gesehen, ganz ehrlich. Also, ich hab die jetzt, also, meine Bewertung ist wirklich unvoreingenommen gewesen, weil ich noch gar keine Zeit hatte, mich da großartig mit dem Internet zu beschäftigen. Ist auch okay. Aber ich find das, ich find das echt schlimm, diese toxische Fankultur, also... Das Internet ist ein böser Ort. Aber ich find's verweichlich, sorry, die ist grad, also ich finde, es geht, die müssen härter durchgreifen. Ich will mehr Schockmomente, ich will, ich will noch mehr lachen und weinen oder... Es kommt ja noch was. Keine Ahnung. Nächste Folge soll ja tatsächlich dann wirklich hardcore werden wieder. Ja, vor allem wieder von Miguel Sapocznik, der ja... Und Fabian Wagner, oder? Auch wieder... Genau, wahrscheinlich schon. Aber ich glaube nicht, dass es zu einer Schlacht kommen wird, weil... Doch, 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 doch. Ja, aber das ganze Volk ist doch da eingefärscht. Es wird Daenerys, beziehungsweise Daenerys will zwar alles in Schutt und Asche legen, aber irgendjemand wird sie da aufhalten. Die werden doch nicht, die werden doch nicht die ganzen Leute da abschlachten. Haha, es ist Game of Thrones. Immer noch. Und die ganze Armee ist doch auch drin, da sind, die Armee ist doch... Also, was ich nun noch meine Erinnerung rufen darf. Cersei hat alle in die Red Keep geholt, also in den Roten Bergfried. Und unter dem Roten Bergfried lagert noch jede Menge Seefeuer. Ist viel, viel Drachen. Jede Menge. Nicht vergessen. Aber da, wo das ganze Volk auch ist, oder wie? Ja, irre Königin. Mehr sage ich dazu nicht. Das, äh, und... Also, bitte, Emilia Clarke, die hat ja in einem... Bei Jimmy Kimmel hat die gesagt, Folge 5 wird noch größer als Folge 3. Sucht euch den größtmöglichen Bildschirm. Das war ihre Prognose. Und am Regisseur kann man schon ablesen, dass das eine Megaschlacht geben wird mit der Golden Company. Man hat es auch schon im Teaser gesehen. Man hat irgendwas mit Euron gesehen. Warum? Warum kann man das nicht im Kino gucken, die Folge? Also, kann man nicht so ein Kino mieten, oder ich weiß nicht. Gibt es ja vereinzelt in den USA manchmal. Auch bei Sky durften wir das tatsächlich, eine Folge. Ja, oh, toll. Jetzt holt er wieder seine Sky-Connection. Er blast vor Neid. Ja, also ich finde das auch, also auch diese Sky, diese Sportbars oder sowas, zeigen, also bei uns zeigen sie kein Game of Thrones, aber zeigen die in manchen Städten vielleicht auch Game of Thrones-Abende oder so, dass man in einer Bar sitzen kann. In den USA gibt es das. Also es gibt bestimmt Privatleute, die sich auch mit ihren fetten Heimkino-Beamer-Anlagen zusammenrotten und das da gescheit schauen, mit gescheitem Sound auch. Das mache ich ja mit meinen Freunden. Ich habe ja hier mal drei Freunde zu Besuch. Das ist dann, aber ich habe 55 Zoll Fernseher stehen, kein Bima. Also ich kann nur sagen, ich freue mich auf die Folge. Ich werde sie mir wieder um drei Uhr morgens ansehen, tatsächlich, weil ich da wirklich gespannt drauf bin. Die soll sehr blutig und schlammig werden. Ist jetzt schon versprochen worden und ich glaube auch, dass sie da, also da wird einiges passieren. Ich glaube nicht, dass die eine Enttäuschung wird. Es ist dann halt die Frage, wie das Serienfinale wird, weil das haben die beiden Showrunner inszeniert und die sind unbedingt bekannt für Action. Vielleicht wird es eher so ein Nachklapp. Ja, so ein Aftermath wieder. Ein Epilog, ja. Aber jetzt in Folge 5, also was man noch kurz anmerken kann, dass ursprünglich Miguel Sapochnik eigentlich die Folge ja auch drehen sollte. Also es sollte praktisch wirklich so eine Sapochnik-Trilogie werden. Und er war dann wohl aber jetzt mit Folge 3 und 5 so eingespannt, dass sie dann jetzt halt wieder David Nutter herangeholt haben, wodurch dann halt die erste Hälfte halt sehr im Stil der ersten beiden Folgen war. Aber das nur mal als Anmerkung. Ich würde sagen, wir machen dann jetzt auch den Deckel zu. Jo, dann sind wir unter zwei Stunden. Das ist ja mein Hinweis. Ja, super. Und dann bedanke ich mich bei euch, bei Dominik und Thilo. Und ja, und ich freue mich, wenn ihr eine Bewertung dalasst von unserem Podcast bei iTunes oder bei den anderen Podcasts schon, wenn das möglich ist. Oder empfiehlt uns weiter. Und ja, wir freuen uns über Feedback auf Twitter, Facebook oder Instagram. Immer nach Tele-Stammtisch suchen. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Nächste Woche, Mittwoch wahrscheinlich wieder, wenn das ganz gut klappt. Wollen wir nicht nur sagen, wo wir zu finden sind online? Ach, das ist ja ganz wichtig. Kannst du gerne sagen, ich bin eh nur beim Tele-Stammtischen. Okay. Also ich bin beim Tele-Stammtisch zu finden auf Twitter oder auch Letterboxd unter Dom Carnage oder teilweise auch auf dem Moviepilot immer noch aktiv. Und natürlich auch beim Podcast der Kollegen von Moviebreak, der jetzt wahrscheinlich online sein müsste. Da reden wir sehr amüsant über diese Folge. Werde ich mir gleich mal reinziehen. Alles klar. Dann bedanke ich mich bei euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.